Ich habe Dennis und Papa gefunden, Leute. Dennis und Papa sind auch voll toll. Ich wollte Dennis und Papa reden. Freche Grüße und Füße. Freche Grüße und Füße. Apollo fuscht hier schon wieder in unsere Dinger rein. Und er hat Sagenhopp verkackt. Oh Mann, oh, ich habe noch nicht mal gegen so einen Luke da. Jetzt guck mal in der Stream. Ja. Ja, nee, weil du das hast. Ich weiß nicht, weil du es reißt. Ich weiß nicht, dass ich was für du war. Ich weiß nicht, dass ich was für die Hand tut. Ich habe Dennis und Papa gefunden, Leute. Dennis und Papa sind auch voll toll. Ich wollte Dennis und Papa reden. Und er hat Sagenhopp verkackt. Oh Mann, du schaffst noch nicht mal gegen so einen Luke da. Jetzt guck mal in der Stream. Jetzt guck mal in der Stream. vorstellen uns ist gerade ein fehler unterlaufen und dir ja ich habe statt dem streamtrailer den stream gestoppt der wird gelöscht natürlich der alte stream im nachhinein ich weiß auch gar nicht welchen ich gerade aufhabe das ist das ist einer einer glaube ich weil die nachrichten von gerade sind noch davon in beiden aber ich weiß nicht aber ich glaube dass einer na egal dann ist es auf jeden fall habe ich aus den stream gestoppt anstatt den streamtrailer egal wir fangen heute an mit fortnight was noch so kommt da wissen wir nicht es wird auf jeden fall noch minecraft und vorgleich kommen aber erst mal fangen wir an mit wann wo was vernünftigen begrüßung also er ist schon wieder etwas wild hier drauf aber vernünftig begrüßen halt ja du machst mal die mit dem füße halten wir wechseln mal los nach ja du musst aber sagen nein du wechseln ja heute also freche grüße und füße von dennis und papa und die bandscheibe rausgesprungen mann verdammte scheiße nein spaß und dennis und papa hallo weiter und dennis musst du sagen nicht zu vergessen papa und dennis sag ich dann immer ja musst du doch auch sagen aber hast du ja nicht nein ich bin doch teapollo und du bist dennis nein doch ich bin teapollo lust voll lust der zwerg heute hei feuerpflanze hei scoob z yuki wie lange sitzt man eigentlich mit dem emote hei lucky luke hei atti hei lucky luke hei atti hei atti hei atti na jetzt reicht aber soll ich mitmachen ich gebe euch mein letztes gute fläger ist ein apollo hast du gehört was ich habe ihn doch angegeben und da rechts so wie wenn du gerade auf dem klo sich umpresst ja ja ihr seht schon das wird sehr witzig von so können sie mich muven natürlich nicht doch können wir machen wenn mitspielen wir möchten dazu er kommt jetzt in kreativ in unsere gruppe edit uns so kommt rein wir möchten jetzt ein bisschen fortneiten oder machen aber kein sohnwurst glaube wie kein sohnwurst doch und dann wird gesagt so was araber oder so danke für den euro ehre über super chat viel vielen dank ich bin auch für araber also ich hab nichts gegen araber aber ist wir sind jetzt hier in europa und unter das ist dumme das ist nur so dumm wie die mitspieler wenn ich das jemand sagen darf also hast du dich selbst als dumm beleidigt oder was hast du dich gerade selbst als dumm beleidigt oder wie das desert zone wars okay bitte ja mir ist das doch hauptsache sohnwurst nicht einfach nur wild durch die gegend snipe mehr wenn dann irgendein sohnwurst ich freunde ich muss euch mal was zeigen ich mach mal die facecams groß kurz ich spende auch wenn ich meine psc finde oh ehre nico ehre aber muss das nicht extra suchen spiel lieber mit ich muss irgendwann video zeigen was ich heute bearbeitet habe sag ich mal wieso nicht die map die wir letztes mal gespielt haben welcher man das ist mal gespielt ihr schaut euch an das bin ich ich mache hier ein paar frische trick shots wie ihr sehen könnt da habe ich den teapolo genoscoped darf man mitspielen ja natürlich darf man mitspielen feuerpflanze aber da sieht man so aus der anderen wahrscheinlich hat ihn noch keine eingeladen und damit wollte er nur keine ahnung könnte jetzt mal bereit machen ja warte wir müssen erst gucken werden noch dabei ist das ist doch egal man kann einfach hinterher sollen das ist doch nicht das problem also feuerpflanze wie war dein name noch mal ich weiß nicht wie feuerpflanze heißt der ist ja nicht bei denen liste macht bitte einfach bereit die können gleich nachkommen du kannst hier gleich ein mann nein was nein ja feuerpflanze ist lost kreativ 16 ja ja kreativ gegen 16 wir machen ja sowas also name wir brauchen namen freunde namen von leuten die mitspielen wollen hier napole nico gesagt der red und selbst du wirst bestimmt gegen den 1 gegen 1 gewinnen in den nico weiß ich nicht keine ahnung doch eine freche spitze akte apollo ich schau erst mal ich schau mal meine freche ja nein das dauern so ab in die araber nico top power ach so ja gebe ich dir gleich momentowits na so ein neißen umhang sag ich dir ehrlich den finde ich dann finde ich frech alles sieht aus nette apollo sagst du würdest du mit mir tanzen hä ist das nicht copyright das dürfte ich aus hä anscheinend ist last forever kein copyright aha naja jetzt waren wir nicht die araber web anscheinend apollo naja wir sind doch in der araber web apollo was dürfen wir für waffen das ist doch nicht anscheinend ist last forever kein copyright weil ich habe copyright musik gemutet was ist das denn hier jetzt die araber apollo hat eigentlich gesagt ja wir wollen sowas machen nein ach denn auf die scheiße habe ich keinen bock warum denn nicht einfach ein bisschen kämpfen ja nee das ist lame sowas ist doch scheiße nee das finde ich scheiße das ist kacke das macht doch bock hier ein bisschen zu crunchen nee zu cranken ach war anders vorher angesprochen Apollo ist rausgeläftet ne ist er nicht aber was ist denn an Sombos anders als hier ja weil bei Sombos da kann man sterben und so weiter ja Sombos ist ja nur mehr Glück ja und das ist ja nervig hier kannst du hier ist ein purer Skill du kannst ein bisschen kränken und den puren Skill rauslassen Training müssen wir auch mal wieder haben so wer bei der Kacke mitmachen will der schreibt seinen Namen hier einfach in den Chat so bei der Kacke Mann Atti ist so low Atti töttelt mich obwohl ich keine Waffen hab hä mach doch mal mit Papa na Dennis da hab ich keinen Bock drauf da hab ich doch gesagt hä das ist doch nur das ist doch wie Zone Wars nur halt ohne das ganze Glück ja dann machen wir jetzt Zone Wars wo keiner drauf Lust hat ne brauchen wir nicht denn dann mach auch mal mit oh 220 soll ich lieber drei Leute irgendwas quirlen wo sie Bock drauf haben mein AR-Gott-Tracking sitzt ne warum hab ich eigentlich keinen Jack gesehen? Egal du hattest mich nach dem Hallo egal wo du warst und wieso sag dir ehrlich ich bin grad lost wie eine Schweinesau du kannst eh nie was sie müssen wissen ich drück gerne mal 198er ja Arti und Apollo liefern sich nen Schnittbettel Apollo aus der Box darfst du doch nicht töten wieso ich hab ihn ja auch nicht getötet außerdem hab ich nicht wenn ein Zon Wars Spiel kann davor doch wohl wachsen was er will außerdem hab ich ja nicht getötet ich hab ihm nur 100 Schaden gemacht so also wer mitmachen will Freunde der schreibt mal rein hast du grad von Arti gerailed? ja ist ja peinlich will dich nicht wenn man MP spielt ja stimmt schon wer MP spielt ist ja auch lustig was man ja nun muss warte das geht ja nicht wieso macht man sowas das ergibt doch keinen Sinn hier halt auch nur auf mich geht what? und dann kommt noch Apollo sein Mate dazu na hab ich ihn gerillt für dich ich rill dir gleich eine rein da baut er schon mal wie ein flinkes Riesel und man ihn ja lassen ooooooooooooooo also wer mit spielen möchte der schreibt mal seinen Namen hier rein dass wir den einladen können Freunde aber Quick Whale we 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 where ooooooooooooh ge Quecksnallt schau zack 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 ne war Patreon das war Man die Close Encounters ne? vielleicht gibt es heute auch noch ein bisschen GTA in der Nacht je nachdem wo wir hat dann luft und lustraffer der war klaus sagt ehrlich wegen knapp an der vorbei gegen die snipe apollo hat seinen eigenen mädchen erschossen gegen die schnippsen ich schnipps dir gleich einmal gerät warum mädchen ich will keine mädchen damit er stand direkt neben mir und hat sich nicht getötet wird das ist kein team für dich ja wenn er neben mich ist und mich tötet ist kein team er hatte ich ja nicht getötet er hat sich getötet weil er mich abknallen wollte nur deshalb bist du überhaupt gestorben ich habe den 198 er durch und er hat dich angepustet und dann warst du tot er chattet gerade was soll das denn so lost also ich weiß nicht was das jetzt schon wieder soll kannst du ja gar keinen fort mehr ohne streit spielen oder was das gibt doch gleich wieder bieb er schreibt ja schon holt da wurde gerät oder was weil jetzt ist alles hier zugebaut 220 apollo quick shit und sagt mal cool steht ja aber nur ein trick glaubst du ich schaff so was natürlich nicht apollo ich weiß nicht jetzt okay oh mein gott der grail snipe ich habe er kann so schnell sneaken wie ich ich schau hätte was mega lang das ist nicht Wettbewerb. Schauen wir mal rein. Nein. Du weißt es, aber ich sag's jetzt nicht. Muss er auffassen, ne? Ja, Polo, bist du gerade am auffahren? Die Maschinerie am auffahren, oder was? Da kommt der Meteor angeglitzert. Egal, hol mir morgen eine. Ja, alles gut. Oh, Grails Night. Oh, 220. Ja, perfect. Ne, 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 da war ich wirklich stolz drauf. Apollo sagt Dennis, dass er ein... Hm, wieso das denn? Was meinst du denn? Gott, ich bin so gut! Ah, jetzt hab ich noch. Wollt ihr noch besser? Ja. Nie. Apollo. Da 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 da. Apollo. Hallo? Ja, Arti, warum dat denn jetzt? Ja, weil der nicht. Wo ist denn von Free Riffle? Gibt's denn nicht in allen Boxen? Deshalb ist die Araber Map auch etwas komisch, aber trotzdem. Das ist die RNG, kann man sie nennen. Die RNG, ne? Pass auf, Kränke, ich schau mir mal zu, ich kränke jetzt mal, okay? Schau, ich kränke. Hey, wake up. Als werde ich angestupft. Hey, wake up. User disconnected from your channel. Ah, Arti macht doch schon wieder so unnötige Sachen. Ja, das stimmt. Jetzt stupst mich 50 mal an. Stupst mich 50 mal an auf dem Test und geht dann. Ja, ich kann im Moment auch nicht verstehen, was da da wieder hat. Ja, nur weil, weißt du, vor allem, da müssen wir zwar nicht hier diskutieren und das will ich jetzt noch einmal klarstellen. Ich stehe normal neben ihn und er kehrt mich in eine Spawnbox. Obwohl das ja verbunden ist und das weiß er ja. Ja, er hat mich ja auch einmal aus der Spawnbox raus direkt gekillt. Und dann habe ich ihn ja auch einmal gekillt. Ja, ich auch. So, und das soll jetzt der Auslöser gewesen sein. Ja, wieso, aber ich habe ihn ja auch gekillt. Gott, was kann ich. Aber du bist Apollo. Ja, trotzdem. Das ist ja albern. Also wenn, dann muss ich, wenn ich selbst Sachen mache, dann muss ich auch damit klarkommen, wenn andere das dann auch mal machen. Apollo? Ja. Schau mal kurz auf meinem Bildschirm. Schau mal. Ja, Nico, dann musst du mitspielen. Der installiert gerade Fortun halt. Schau, Apollo. Das ist besser als Apollo. Schau mal, Papa. Ja, was? Ich habe mich verkränkt. Verkränkt! Was soll das denn? Ja, ich habe mal kurz. Erstmal fly visible machen hier, ne? Werft Leute in seinem Haar? Pass auf, ich probiere jetzt was, ja? Wenn das geht, dann fühle ich mich einfach cool. Mach mein Gebäude unsichtbar. Das kann ich nicht. Ich dachte, du bist in Parasaur. Ne, die Trickshotten aber. Trickshotter können wir gewöhnlich auch schnell editen. Ja, ich aber nicht. Ja, ich habe ein bisschen gebaut. Ja, ja, ja. Das ist gut. Steigerst dich. Oh, ist das Schwere schafft. Woher habe ich das... Ach so, das hat sich gerade gar nicht. Wo ist Infanterie-Riffel? Ich such die schon in der dritten Box. Ja, die ist bei mir da, wo ich zuerst gesporned bin. Da hatte ich nämlich. Jetzt kann ich euch lesen. So, möchte denn hier noch jemand jetzt mitmachen, oder was? Ach so, ich kann ja gar nicht... Kann ja gar keiner schreiben, weil der auch keiner zuguckt. Ha, ha, ha. Oh, no way. Ey. Ja, endlich. Schau, warte, schau, schau, schau. Ich bin flohen. Hör doch mal auf. Ich kann eigentlich gar nichts. Warte, ich muss erst schauen, wie ich die Keys gesetzt habe, ja? Apollo, ich mach mal ein... Bin ich gut in Fortnite? Ähm, ne, wir haben schon so'n Discord, aber wir nutzen kein Discord, Neko. Also, wir nutzen nur CS. Ganz lieb von dir, aber... Pass auf, warte. Ich muss den Snack-Dings wieder rausnehmen. Zack, Zack, G, Applied, Zack. Schau, so bin ich immer gut in Fortnite. Stell dich mal da drauf. Ja, ja, aber du musst es schaffen. Sweet! Fällst eh durch! Hi! Herzlich willkommen! Wo sollen wir erst mal aufhören? Nein, ich edite ja hier. Herzlich willkommen! A non im Namen schreibt da, ja? Das ist halt so ein Sucht, den wir hier dabei haben. Du hast A non im Namen, schreibt schon eine. Ja, das ist ja nur für Luschen. Wissen möchte ich gern schwitzi. Das stimmt. Schau dir meine Cranks ja an. Können sie mich move'n? Wie heftig ich am Crank'n bin! Ja, wenn er aber... Komm mal her, ich mach dich hier floh und wisse. Schmeiß dich dann ja automatisch runter, wenn du dich gemutet hast. Ja, können wir mal was machen. Komm mal ran jetzt. Warte mal. Stell dich hier drauf. Hallo, jetzt stell dich da drauf. Feuerpflanze. Oder ich pflanze dich. Ja, Brei, ne? Lecker. Direkt durchgefahren. Ganz, ganz, ganz. Ja, mach du doch mal. Will ich sehen. Wenn du das kannst... Hey Sweet, warum sollte ich A non im Namen haben? Ich kann doch einfach auch so einen A non im Namen haben. Oder nicht? Ich muss doch kein Russe sein. Was ist das denn so? 120er Volt! Wilski! Los, mach mal! Mach mal, Kregi! Mach mal, Kregi! Polo, hör mal auf! 2, 1... Shit on! Zu... Langsam! Los, mach jetzt! Lass mich fliegen! Ich soll nicht meine... Du sollst hier doch was hinbauen! Du bist los! Ja, schnell! So langsam, das geht ja. Ich bin kein Zor! I'm a Zor! Was? Zor kann das nicht! Niemand aus Zor kann das! Das macht keinen Sinn! Ich kenne nur Rift! Sag es den 10.000 Usern auch einen A non im Namen haben! Also ob ich der Einzige bin, der A non im Namen hat? Ja, muss ich ja nicht! Ich muss doch kein Russer sein, nur weil ich was Russisches im Namen habe! Hä? Das sind schon wieder hier... Du bist der Einzige mit der Luft oder stimmt dir Sweet zu? Natürlich stimme ich dir zu! Ich weiß gar nicht, was A non heißt da! Ah, Polo! Nun heißt LOL! Nun ist Russisch! Und weil er jetzt was Russisches in seinem Namen hat, muss er ein Russe sein! Naja, das habe ich schon mitgekriegt! Seit wann bist du denn Engländer? Ich bin... Ich bin Schwitzer! Ah, ich habe einen Parallel im Namen, ne? Seit wann bist du ein Mathe-Genie? Ja! Ja, ja! Ja, das ist doch auch nur... Wannabe schreibst du? Warum schreibst du? Das ist verboten! Lösch den! Was ist verboten? Wannabe zu schreiben! Wieso? Was ist denn Wannabe? Wannabe ist ein Scheiß-Youtuber, der so... Der so wie so ein Doggo und Kacke erzählt. Zum Beispiel macht er so manchmal auch Videos, diese 10 YouTuber waren im Knast und dann kommt da so ein Standardskill, der vielleicht mal... Wohne Fall... Der vielleicht mal kurz, äh, bei der Polizei war, weil er vielleicht 30 kmh zu schnell gefahren ist. Und deshalb waren die im Knast. So was macht ein Doggo auch immer. Gereilt! 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 Apollo! Wenn du dich jetzt reilen lässt... Nicht reilen lassen, ja? Oh! Ich wollte ihn doch Pick-Ex versuchen. Wenn er sich reilen lässt, bekommt er einen Skin. Edit! 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 Bist du denn der Rift oder was? Oder warum hast du den, wenn er will? Ja, jetzt, äh, kein Grund hier. Für Streit aller Art sind Freunde. Tragt hier auf den Fortnite-Feld aus. Startet euer Spiel und lasst uns hier spielen. Ja, nice! Das war ein guter Versuch! Komm doch jetzt mal ran, Apollo! Trau dich raus! Wer schneller snipen kann! Warum sollte ich das nicht im Namen haben, Jocken? Ist es 10 oder was? Unüberrechtlich geschützt bestimmt durch Putin. Oh! Apollo, komm doch mal raus! Hör doch mal auf! No-Scope! No-Scope! Da hab ich dich fertig gemacht! Willkommen No-Scope-Battle! Oh! Gehittet! Ich fasse es ja nicht! Hör auf! Komm! Oh! Geno-Scope! Auf 271 Meter! Ich fasse es ja nicht! Was ein Zufall! Das ist auch gar nicht gefaked! Also wer von euch noch mitmachen möchte, Freunde, der kommt einfach hier... Der kommt einfach ins Keg W rein! Der schreibt einmal seinen Namen hier rein! Und flext... Aber er muss die Edits hier flexen können, ne? Halt doch jetzt mal die Gorsch! Der kommt einfach... Der schreibt erstmal seinen Namen hier in den Live-Chat. Er muss natürlich die Sway-Edits können! Die Sway-Bilds hier! Zack, zack, zack! Und vor allem der muss... Muss darauf achten, dass er nicht auf die Scheiße hört, die Dennis gerade laden! Das wissen die aber, dass das Scheiße ist! Und weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Warum hat der Kriegi da einen Namen in seinem Namen? Ist der Russe oder was? Ja, echt so, ne? Kriegi, bist du Russe? Ich dachte, du bist ein Schweizer! Ich hol mal den Wodka! Hallo, er ist noch keine 18! Ja, auch nicht für dich! Für Kriegi und mich! Der Kriegi ist der Russe! Der ist aber noch nicht 18! Ja klar, hallo! Ne, so wie der sich anhört, ist er 2! Spaß! Oh, das war... Das war... Das war... Das war... Das war aber hier... Pass auf, ich habe 14 HP! Wenn ich dich jetzt rail'e... Huhu, das war aber ein hartes HP! Dann musst du mir den Raleskin kaufen! Ach, schade! Dennis... Ja, aber... Lässt er sich gefallen? Ja! Ja, weil... Stimmt ja auch! Ja! Ich ziehe immer dann die Reverse-Karte, weißt du? Was hat er von seinem Vater? Dass er nicht... Jetzt unbedingt... Der Größte ist! Ja und? Das juckt mich nicht! Ja! Dafür hast du halt die... Geistige Größe! Haha! Ja! Manchmal! Oha! Juhu! Gestern war's auch super! Stennis macht am Ende die Modes und der Polo schaut einfach nur verzweifelt in die Kamera! Ja, weil ich denke... Weil ich denke... In ein paar Jahren irgendwann... Da wird Dennis mit mir schimpfen und sagen... Vater! Warum hast du mich damals nicht davon abgehalten, so eine Scheiße zu machen? Das... Ja, ist so! Das wird nicht so sein! Weil... Das wird natürlich nicht vergessen! Das haben sie bestimmt Leute direkt schon aufgenommen und äh... Natürlich! Ein Polo, wer sollte uns aufnehmen? Ja... Weiß ich nicht! Ja, aber dann nimmst du nicht uns auf! Fetter Bär verkackt Fortnite! Hahaha! Ja, das war geil, ja? Hahaha! Oder ähm... Fetter Bär dominiert Fortnite! Ja, ja, ja! Mit dem alle... Nichts war geedited, nur der Drop am Schluss! Der Drop, der... Aber ich... Ich sag dir, den Drop den fand ich gut! Hätte ich nicht gedacht, dass du überhaupt sowas hinkriegst! Pass auf! Ich lass jetzt was floaten! FVOAT! D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Heiho! Bin auch wieder da! Ja, O-G-K-Wei! Herzlich willkommen! Ogy! Gy.. Wie das G von Heil squanderin runter! dann sagt bescheid wenn du so weit bist ja ich hab aber gerade auch hier auf dem chat geguckt bei ogk bei na ja also schau dir meine zwei bilden hör mal auf bitte hör mal bitte auf krieg ich will wirklich mal auf ernst die swabels hier flexen ich hab verkackt könntest du jetzt wann kann ich mich eigentlich um dann am 5 das heißt ich kann mich umbenennen zwölfter zwölfter ich muss rechnen auch gott rechnen und das spiel konzentrieren zwölf plus sieben ist am neunzehnten kann ich mich umbenennen sieben tage vor ferienende warum schrei ich eigentlich immer so recht gecringed nicht krieg ich seit wann bist du ein russer eintritt wo apollo hast du den russen geschüttert noch in die runde rein will der einfach in den chat einfach töten aber jetzt macht doch spaß oder apollo das geht natürlich das richtig spaß freunde da muss ich doch was erzählen da wird wird eine blondine von der polizei angehalten sagte polizist junge frau ihr kind muss aber bis zwölf in den kinder sitzt sagt die blondine zum polizisten herr acht meister jetzt regen sie sich mal nicht so auf wegen dem paar minuten das ist gut habe ich nicht verstanden erklär mir apollo er war glaube ich zu schlecht um den zu verstehen apollo erklär ihn mir der muss sich jetzt hier kommt merke ich schon aber ich will ihn doch eh jetzt weg das heißt was konzentriert er sich da dass er nicht von nur gerät wird apollo komm runter dann wirst du nicht von nur gerät oh mein tracking ist so gut man das war knapp man apollo jetzt erklär mir den witz ey man das wäre geil dann werden wir fünf nee warte sechs apollo ja erklär mir den witz doch jetzt mal nein denn es ist gut ich habe ihn nicht von ja dann ist weil du einfach zu dumm bist dafür meine herrn 220 das hast du gespürt man erklärt ja was soll das scheiße ist meine güte ja warum verstehen ja denn es dann verstehst du es nicht alles gut ich will ihn aber verstehen ja aber wenn du es nicht schafft wenn es dann ist es auch nichts okay denn es jetzt halt und sonst hören wir auf okay warum denn ich wollte nur den witz wissen hast doch mal nicht so aus ne am morgen hast heute nicht doch du hast du gerade gesagt nein hä das habe ich nie gesagt denn es erstmal vorher drüber gesprochen haben hast du gesagt nein wir haben nie drüber gesprochen außerdem worauf wir lust haben das kann sich doch ändern oder nicht daneben ach doch mal auf man du nervst Apolli ist gerade salzig unterwegs ja ne sowas nervt mich einfach nur weißt du was denn das was du da wieder abgezogen hast was hab ich denn schon gesagt das ist doch gut jetzt meine fresse ich hab nur gefragt ich hab ich hab ich hab das ist doch du hast du hast du hast unsere du hast du hast du hast einfach du hast du hast was soll das denn? Da wurdest du geschüttet. Ja, du wurdest geschüttet, ist gut. Das war's für heute. Mann, ich wollte es kurz halten. Apolo, soll ich so ein Profilbild für den Kanal machen? Nein, so ein Profilbild haben wir ja. Aber du kannst, ich habe gestern mit dem Dennis noch gesprochen, wir brauchen einen Kanal-Banner und zwar wo Minecraft, unsere Wurzeln drin sind, Fortnite und Roblox, so ein Kanal-Banner. Den kannst du gerne machen. Die Wurzeln? Ja natürlich. Hättest du auch gerne den Google Trufer, Apolo? Nein. Natürlich, sei ehrlich, du hättest gerne alle Skins. Nein, Dennis, mir sind die Skins sowas von scheißegal, oder? Trotzdem hättest du sie gerne, wenn du die Freakor bekommst. Ne, hätte ich nicht gerne. Natürlich. Sonst nicht. Jeder hat alles gerne, wenn sie will. Ne, ich nicht. Natürlich. Ne, Dennis, Herpes ist auch umsonst, möchte ich auch nicht haben. Herpes kann ich auch umsonst. Du laberst eine Kappe manchmal. Was ist denn Herpes? Kann man Herpes essen? Mhm. Ich kenne nur, wer cool ist. Oh mein Gott, diese Reife! Minecraft fordern, ja ganz genau. Und was soll da denn so drauf sein? Ja. Minecraft fordern und Roblox. Halt so ein Kanal-Banner, wie jetzt wo Dennis und Papa halt irgendwie draufsteht, dass wenn der Zuschauer auf unserem Kanal sich aus Versehen verirrt, am besten noch auch ein Virus, dass er uns automatisch abonnieren muss. das ist doch low, dann sind die ja alle tote Abonnenten. Ja und? Wann bist du denn der Rift oder was? Nein, halt unser Name muss da drin. Dennis und Papa und äh... Gerailed! Gerailed! Na schade. Ich denke mal der Vialis schreibt, die haben noch das gleiche Profilbild. Und was soll da denn so drauf... ach so, ja das hat man ja gesagt, genau. Ja, das überlassen wir deiner Kreativität, voll und ganz. Wichtig ist, es muss erkennbar sein, auf dessen Kanal man gerade ist. Also Dead und Papa. Also Unge, Unge spielt dahin schweigen die ganz groß. Und wir sind ja der große Unge. Ja. Okay, ich probier mal was sozusagen. Ja genau, mach das mal. Äh, was wird heute gespielt? Hoffentlich. Was hoffentlich? Steht doch im, im Titel. Ne, da steht, worauf wir Lust haben Dennis. Richtig, und das wissen wir ja noch nicht. Wenn einer die Bibelschreibung gelesen will, dann steht da, wo wir spontan und gerade drauf Lust haben. Was ich vor zwei Stunden noch wollte, das kann sich jetzt schon lange geändert haben. Und deshalb gehen wir gleich auch rüber zur Minekraft. Was wollten wir denn in Minecraft machen? Eine Runde Bad Wars und so, ne? Ja, ich glaube. Auf die guten alten Zeiten angelehnt. Bad Wars. Ich bin ja auch auf meinen Sucht. Oh, wo du keinen Rang mehr hast. Ja doch, hab ich. Ja, aber nicht mehr den, nicht mehr den Rang. Ach, das ist mir doch egal. T-Apollo hat gesagt, heute kommt keiner morgen. Doch, Dennis hat ja gesagt, er will. Vielleicht. Wenn sich genug Leute zusammenfinden. Ja, dann wärs geil. Äh, warum kann YouTuber mehr? Quatsch, ja weil ich denke ich einfach nicht oft genug gespielt hab. Ich war ja bestimmt Monate nicht mehr auf den. Aber da hab ich halt nur noch Gold plus und solange ich ein Nick-Item hab und, äh, hier. Solange ich ein Nick-Item hab und, äh, ach nee, ich kann ja gar keine Runden starten. Ja, das ist scheiße. Okay, wir, wir gehen jetzt, ja? Ja, schon jetzt, dann kann ja Neko nicht mal mehr mitmachen. Der ist ja eh bei 53%. Nein. Leonel G-Neimer. Moin Meister. Morgen Leon. Achso, gehen wir jetzt direkt in Minecraft rüber. So, Freunde. Das war's Fortnite. Also, ich werde auf jeden Fall mal fragen, um den genauen Grund zu wissen, warum ich mein YouTuber nicht mehr hab. Es ist mir auch relativ wurscht eigentlich, aber trotzdem, ich will's mal genau wissen. Ich hab ja noch ganz viele Atmen und so in der Liste. Vielleicht jetzt nicht mehr. Hm. So. Ich war doch letztens erst doch auf Minecraft. Was denn? Ich spiel Minecraft mit. Achso. Oh mein Gott, kriege ich ja! Wie heißt du denn? Mongamango oder so, ne? Ey, ich kann mich immer noch nicht umbenennen übrigens, ne? Ich benenn mich, glaub ich, jetzt um. So. Nenn dich parallel Monga. Oh, hoffentlich macht er jetzt kein Update hier vom... Doch, natürlich. Nenn dich irgendwie mit Apollo. Nenn dich... Da wird lang klein. Ease wrecked Apollo. Also Freunde, jetzt... Nein, das ist dumm. Freunde, jetzt startet Minecraft, wir starten auch Minecraft und äh... Wir spielen jetzt ein bisschen Minecraft, Freunde. Also... Attacke. MC... Bin ich dabei. Ja, alles klar. Dann starte... Deine Version und äh... Du kannst es auch gern laut sein. Wenn nicht, kann ich dir auch meins leihen. Das ist doch dumm. Dann hat er ja deinen Account. Kann ich jetzt auch power haben? Ja, Niko. Ja, ganz so. Ich sollte eigentlich mit Adeline starten eigentlich. Servus. Servus. Grüezi. Äh, auf welchen Servern habt ihr noch mal zu spielen? Gucken wir gleich mal noch. Auf jeden Fall... Erstmal auf Malensucht jetzt. Erstmal auf Malensucht und dann denke ich gehen wir auch noch hier auf Royal Boy. Royal Pixel. Garme. Äh, Apollo, ich kümmere mich heute am Abend oder ein bisschen später drauf. Ja, ja, alles klar. Ja, keine Hektik. Aber... Das ist das, was wir halt so... Wo wir uns gestern Gedanken gemacht haben. Ja. Bertland ausfüllen, bitte. Ähm, move die mich gleich noch mal mit Talkpower. Ja, und nein. User disconnected from your channel. Wer einmal geht, den moved man nicht, auch wenn... Apollo auch fertigstellen muss, Freunde. Ja, hab ich das schon. Hast du nicht? Klar. Dann dauert das bei dir einfach nur ultralange. Ja. Das dauert bei mir einfach nur untralange. Unralange. Wenn das so weitergeht, ist doch... Leon OG Gamer, darf ich auch? Was? Ach so, ja klar, dann komm. Ab auf CS. Leon. Natürlich. Okay, dann geh ich mal auf mein Sox. Kranker Kränker, wie könnt ihr so schnell Minecraft starten? Ich muss erst mal 200 Updates machen. Oh, nix. Ja, weil du lange nicht gespielt hast. Soll ich eine Party machen? Nein. What? Ne, Party kann ich auch noch machen. Er hat ja nur seinen YouTuber-Rang verloren. Den Gold Plus haben wir ja noch. So, ach guck mal. Ich bin auch schon ready. Spielen? 1, 8, 9. So, dann ab auf meine Sucht. Jetzt gleich komm ich so drauf, hab gar keinen Raum mehr. Ne, Gold Plus. Alles klar. Ja, aber trotzdem, als da noch lila stand, war schöner. Mein Gott, beruhig dich. Ich auch? Soll ich... Ja klar! Feuerpflänzken. Die sind meine FPS auf 60 limitiert. Ich hab nichts für. Das frische Pack reinmachen hier. Zack, 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 schau. Bin zuerst in der Willkommensbereich. Da alle... Ja, warte, wir... Pass auf, ich kann direkt Rocco anschreiben. Ich... move dich. Wird da so geschrieben? Ich glaub schon. Da haben wir den OG Gamer. Guck mal, es gibt sogar Top Power hier. Komm, heute. Zack. Ich hab einfach mal Rocco angeschrieben. Kann ja nicht schaden. Ne? Natürlich kann das nicht schaden. So, herzlich willkommen, die neuen... Wir brauchen ein richtig freches Pack jetzt. Moin. So, ich starte mein Minecraft grad noch. Bad Wurst? Oder so? Vielleicht wär's irgendwie besser, wenn ihr euch ein bisschen weiter wächst jetzt, wenn man sich echt doppelt... Man hört sich echt doppelt. Ja, im TS, ich weiß. Aber... Es geht halt nicht anders. Welche Version? Ja, nimm die 18189. Also, ich spiel immer mit der 189. Okay. Sonst musst du einen von uns beiden einfach bei dir muten. Dann, äh, hörst du uns nicht doppelt. Wer hat das besser mit dem Mikrofon? Ich. Ja, der Dennis. Definitiv. Wenn das dumm ist... Äh... Ach so. Kriegi braucht ja auch noch... Top-Power. Wie ist er denn da? So. Danke. Bitteschön. Ich bin gleich auch einsatzbereit. Fantastisch. Und dann geht's los, Freunde. So lange... So lange... Lesen wir... Ach, schade. Ich wollte gerade Artikel 115. Wieso? Aber ich bin schon fertig. Ich kann schon auf den Server. So. So. Der Rock hat mir noch nicht geantwortet. Aber ich dachte, der Rock hat mir geantwortet, aber es war nur Lukas. Er hat geschrieben, du stinkst. So, mein Sucht. So, wir fangen an mit Bad Wars. Was? Also, ich muss ehrlich sagen, das war die beste Antwort. Das war ein saftiger Voice-Crack. Machen wir eine Party? Ja, hast du eine Party gemacht, Zwerg? Ich guck gleich, ob ich eine öffentliche machen kann. Warte erst mal. Oh, wer ist denn da jetzt ausgetimt? Erstmal brauche ich einen Textrapetten, bitte. Wer ausgetimt ist, bitte mal hier sagen. Mein Sucht kommt nett. Ich nehme da Drehcode. Ne, da Drehcw-Wolkenpack. Oder wie das heißt. Ich will jetzt einen Schader einpacken, aber ich finde den Downloadschat. Ah, genau. Habe ich eigentlich noch hier... So. Ja, habe ich noch drin. Alles klar. Spraynscheiße. Party. Du hast keine Rechte, eine öffentliche Party zu erstellen. Was soll das denn? Ei, ei, ei. Ich bin jetzt kein YouTuber, man kann hier gar nichts mehr machen. Ja, dann muss ich... Ey, Dennis, Dennis. Dann müsst ihr so kommen. Ne, warte, du musst einfach slash p invite? Nein, ich lade hier gar keinen ein. Dann kannst du den noch in deine Party einladen. Dann hast du auch eine Party. Ja, aber eine öffentliche kann er nicht machen. Das ist... Er will ja eine öffentlich. Ja... Ja, doch. Aber wir können doch alle mitspielen. Wenn auch einer privat einfach macht. Ja, aber ich will ja auch keinen Einladen. Aber Dennis hat keinen Bock, hier alle einzuladen, das immer zu schreiben. Ja, dann lade alle ein und dann gibst du die Partyleitung und Dennis. Dann fang Dennis an. Ja, Dennis 1107. Dennis? Weiter? 1107. Ja. Unterstich 1107? Ne, ne, einfach Dennis 1107. Wo seid ihr drinnen? Wo seid ihr drinnen? Noch nirgendwo. Äh, geht nicht. Ich spiele das auch da drin. Ach so, hast du ausgestellt, der nicht? Ja, natürlich. Ja, das ist nur aus seiner fame Zeit als YouTuber. Ich bin immer noch fame. So. So, jetzt geht aber. Ne, das war zu der Zeit, wo, wo wir so geredet wurden. Wo wir 150 Zuschauer hatten. Da hat mir 50 Leute eine Einladung geschickt. Ah, ich muss jetzt warten, hab zu auf das Ding gespans. Ah, ich weiß nicht doch erstmal quatschest. Apollo, wie heißt du? T, Apollo 28. Ja, Apollo 28. Oh, warte, ich muss mal einmal den Kriege eben holen. Oh, der ist schon. Ach, der ist ausgetypt. User was moved to your channel. Ich schick dir schon mal Minecraft. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Lad mich ein. Apollo hab ich eingeladen. Jo. Ist ausgetypt. Ja. Wieso hast du I love Dax? Ja, ist ein zweiter Chaos. Wie sprintet man noch mein Minecraft? Er ist Steuerung. Er ist anders bestimmt. Wer lädt mich ein? Ja, der Nico. Der lädt alle ein gerade. Ja, der Pflanze. Ich halte das auch schnell ein. Okay, ich... Bitte mich nicht vergessen. Ja, ich schick mir deinen Namen oder bestand mir oder sag einfach. Ähm, ich... Ich mach einfach einen Chat rein in YouTube. Wer Pflanze habt dich eingeladen? Ich mach auch einen Leichtum rein. Irgendwas. Was? Egal. Sag ihn einfach. Lukas. Warte. Ich muss kurz warten. Wer sind alle drinne? Und wo sind wir denn? Was hast du gemacht, Apollo? Was? Ich hab gar nichts gemacht. Du hast dich wie betreten. Ich hab gar nichts gemacht. Du, nur du. Ich hab meine Hand noch nicht mal an der Maus. Ich bin grad fast am trinken. Wieso werd ich da mitgezogen? Wer pflanzt das auch? So, dann jetzt führst du noch wer? Ich heiße so wie ein TS. Ja, ich? Ich hab dich angestupst mit meinen Namen. Ähm. Mongamango. Vielleicht. Mongamango. Also, ich heiße... Ich heiße in Minecraft genauso wie ein TS. Also... Ja. Ja. Kann man Ränge verteilen? Wer ist denn ein Allaufdux? Ich? Ja, ich muss kurz warten. Liebe Enten. Ich hasse Enten. Ja, ich auch. Dann nenn dich nicht so. Das ist dein Name. Der hat einfach... Von meinem Alt-Account. Er ist ja hier gebannt. Nee, bin ich nicht. Warum kommst du dann nicht mehr... So, Freunde. Gleich geht's los. Es wird nicht mehr lange dauern, glaub ich. Gut, jetzt sag ich noch Leon ein. 2, 2, 3, 2, 3. Was machst du denn, glaube ich? Leon rein. Und vielleicht, wenn jemand Lukas anschubsen könnte, weil er ist noch gemutet. Ja, der guckt, der guckt auf gerade bestimmt Twitch. Nee, nee. Der ist in der Park. Der ist ja eingejoint. Oh. Ja, gib mir mal Leitung hier. Ja, warte mal. Ich schaue mal vor alles an. Das Spiel akzept... ... oder... ... auf... ... in den Knopf drücken. Genau. Äh... Apollo ist drin, Dennis ist drin... Ich bin drin. Hier ist denn... Franz ist drin, Leon ist drin, oder Lukas ist drin. Okay, ich schaue. Gib mir Leitung. Ja, geht schlecht. Geht hier nicht. Natürlich geht das. Ja. Wirklich? Nein. Doch. Wo mach ich meinen FOV? Einstellen rein. Äh... Escape, Options, Videosettings... Nee, warte. Escape, Options... Äh... Nein. Oben... Break, Bro. Habe ich jetzt nicht. Okay, wie sind die viele Leute? Will net reden. Man hört es voll, wenn ich esse. Dann is nicht. Wir sind sieben Leute. Scheiße. Ähm... Dann gib mir mal die Leute hin. Ja, wo gehen wir denn jetzt rein? Ja, Badwurst. Warum denn Badwurst? Ich will doch die Map hier bestimmen. Ja, wir wollen doch kein Team. Gib mir doch mal die Leitung jetzt. Was soll das denn? Was ist denn los mit ihr? Man war grad Team. Ja, Dennis check ich jetzt aber gar nicht. Gott, dann will ich die Leitung. Ja, siehst du nicht. Und das... Muss ich auch nochmal mitmachen. Wo ist denn hier das Bett? Allein? Wie crankt man nochmal hier die Fast Bridge? Äh, Alter 4. Lukas Team, Lukas Team, Lukas Team. Man darf mit anderen Leuten Themen. Nein, darf man nicht. Dann report ich dich einfach. Ich hab immer noch einen Rang. Ja, gut, aber... Dann bist du schneller weg als du... Natürlich ist das verboten. Es ist auch halbwegs verboten, aber nicht auf Mainz. Ich weiß ja nicht, weil du Minecraft spielst immer. Ja. Aber selbst ich nach einer halben Jahr Pause... Weißt du das? Ich hab zwei Jahre Pause, oder wie? Hast du eigentlich gespielt? Ich komm drüber gekränkt, so krieg ich. Nicht! Natürlich. Ja, wenn du neben mir bist, what? Hab ich ihn. Ich halb die Eile auf Ente wenigstens mit in die Boote. Ach, pissig. Duck back weg, so schlecht. Ah, wie laut die Scheiße ist! Wie laut... Ich hasse mich. Du bist ein Wichser, der. Hallo! Body Rage. Da kann wohl einer schlechter verlieren als ich. Halt dich! Digga, ich gewinne mit Lukas. Diese Scheiße! Was ist denn das? Ja, Gott sei Dank, bist du raus weg. Ich dachte, du kennst mich jetzt eben. Du Schlechter. Der in Minecraft. Ich geh zu Apollo. Oh, Lukas, helpt doch! Wie schlecht ist man denn sein, um Cross-Team zu wollen? Dann muss man ja nur Neko heißen. Wie kalte Schnauze, Digga. Wie schlecht ist man sein? Ich denke, Lukas ist einfach in den Boote geplant. Guck mal Apollo zu. Ah, wo ist denn Apollo? Ich bin rausgekicken geworden. Du hast verlassen. Apollo! Da schaust du. Hab ich nicht. Hinter dir. Da ist Pflanze. Wo ist denn hier? Warte, da kommt der von oben. Wofür hast du? Zehn oder so? Das ist gar nichts. Ich würde lieber auf die Internet gehen, ja, Apollo. Und dann würde ich zu diesem Villager gehen. Nicht dahin stellen, weil dann kann ich nichts runter schlagen. Einfach hier in die Ecke stellen. Genau. Und dann kämpst du da ein bisschen. Ich kämpf dort ruhig. Ich geh vielleicht auf dein Bett, das ist irgendwie schon schlecht. Ja, das ist alles gut. Ich bin vorbereitet. Da kommt doch schon jemand, der mir das Problem abnimmt. Aber das bemerkt der Feuersohn nicht. Und wo den der? Nein! Feuersohn! Feuersohn! Ja, aber ich habe den Feuersohn mitgenommen. Den Feuersohn! Den Feuersohn! Alles gut. Lukas, komm. Das ist halt echt zu, Digga. Der schützt so rein. Also Nico, wenn du schlecht in Fortnite bist, wie du in Minecraft bist, dann musst du es gar nicht erst versuchen. Digga, du bist scheiße in Fortnite, du keck. Das sagst du. Oh, da bin ich mal gespannt, ja? Da läuft mal alles auf dem Battle rauf. Apollo, er hat nicht mal Fortnite auf dem PC installiert, oder? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wurde er von Donald Mustard verpflichtet, das zu deinstallieren, weil er zu gut war. Mhm. Jaaaa. Vor allem Donald Mustard, ne? Der hat mit den ganzen... Oh mein Gott, war das ein Boost von Lukas! Aber ich habe ein bisschen verstanden. Ich weiß, was es Nico nennt. Der muss schon einen gewissen Nude-Dings haben. Äh, was? Woher kommt das denn, Nico? Ja, und dann scheint hast du verkackt, weil ich kann mich an dich nicht mehr hängen. Ich kann mich an dich an dich ein, danach, du hast so hart reingekackt. Ja, aber ich denke, wir werden mal, Freunde, wir werden mal eins, wird es eins machen hier. Kriegi gegen Neko. Hä, wie wurde Kriegi? Echt? Ich wurde am Anfang gefrontet. Ja, aber er sagt, er ist besser als Kriegi. Ja, weil er weiß, dass ich eh zu gut für ihn bin. Du, Dennis, wichtig durch ihn beim Fuß. Naa, wahrscheinlich! Ja, vielleicht in Minecraft, weil ich in Minecraft kacke bin. Wir werden doch gelöscht! Ach, da wohnt er doch schon! Und der Verlierer verpflichtet sich, seinen Accounts den anderen zu übertragen. Ey, Apollo, ich habe einen Account, der 400 Euro wert ist. Ja, das ist ja nicht. Oh, ui, oh, scheiße, 400 Euro. Ist gut, ist viel. Mein Account ist 20 Euro wert oder? Oh, noch mehr, krank! Also über, über... Ja, das Bett, wo es hier auf Main sucht, das ist ja scheiße. Über Kriegi und Dennis... Nee, das ist scheiße hier, Apollo. Apollo, hier... Nee, 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 wir wetzeln. Was? Da spielen wir lieber eine Runde Mörder auf Highpixel oder so. Warum nicht bei uns? Warum nicht bei Dennis und Papa? Ich dachte, der ist schon abgeschaltet. Ja, dann spielen wir auch natürlich auf Dennis und Papa. Ist der noch nicht abgeschaltet? Ich dachte... Ich dachte... Der löschen... Löschen-Gamer! Weißer. Doch, sagt man aber nicht. Was? Wohin denn? Oh, jo, 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 jo! Beb hat gewonnen. Besser, dass wir schnell auf Dennis und Papa wechseln. So. Ah! Nein! Among Us! Ah! Ein frischer Geruch von Memory, Kriegi! Komm ran! Ja, vielleicht spielen wir doch Among Us. Müssen wir mal gucken. 1,00... Komm jetzt her! Essen! So. So, gleich hier Mörder auf Dennis und Papa Freunde. Wer von euch jetzt Bock hat noch mitzuspielen? Ich komm mit. Der kommt, äh... Mach mal slash Nico den Chat. Warum? Dass Lukas irgendeinen Hack installiert. Wie im Chat. Das will ich aber jetzt auch sehen. Ja, passt jetzt nicht. Mit einem Uwe Apollo. Ach, mit einem Uwe nur? Ja. Ja. Ja, ich schaue doch bei Apollo, sorry. Ja, passiert nicht. Existiert nicht. Ich habe 1,007 Millionen. Achso, ne, äh, warte. Großes End. Sorry. Das ist so egal bei Befehlen. What? Du verarscht uns nur. Auf und Flicker. Nein, Lukas hat den Grat eben rausgenommen. Ja, weil er Angst hatte, dass er Ärger kriegt. Lukas ist nicht ehrenlos. Apollo wollen wir jetzt zusammen den, äh, Jump... ...dusammen machen? Nee, ich warte, dass die da fertig werden, dass wir hier Mörder machen können. Ja, die wollen halt noch eine Runde, äh, Memory spielen. Ach, du bist einfach zu gut für mich. Also ich bin nicht mehr so in der Memory-Szene drin. So, jetzt ab zum Mörder. Nein, Mann, da war er doch nicht. Wo ist das? Schlecht. Warte. Schlecht, nee. Virus detect. Neko ist krank. Dann habe ich dich nochmal zum Schluss gerailt. Lass mal kurz auf Citywild. Was ist denn CB2? Soon, geil. Ab auf CB, komm mal ran. Ach Dennis, ich denke wir machen ja die Mörder. Ich wollte nur einmal kurz auf CB gucken. Ich will einfach nur wieder mal meine zugeeierte Base sehen. Ja, die wird, die wird ja versteigert. Ich hab die gebaut. Du hast den Spawn definitiv nicht gebaut, Dennis. Natürlich. Ich bin besser im Bauen als du in vor... Was? Du trägst einen BH? Ja. Oh, ihr seid lost, die Kacke. Kommt jetzt alle zum Mörder, Mr. Redan. Wo ist der Mörder, Allah? Apollo, wo gehen wir rein? Dann gucken wir gleich mal. Gucken wir gleich mal. Gucken wir gleich mal, wo wir rein wollen. Was ist der hässliche? Wer? I love that? Die Gucci-Entlaut. Ah, hier ist jemand reingegangen. Dennis, wo sind wir denn reingegangen? Wir gehen in Hochhaus. Ja, wir machen einmal alle Maps durch. Hochhaus. Schau mal, hier steht unser Secret. Mann, der muss ich mich an. Ja, bei irgendjemand ist das Telefon. Schau mal, Cricky, komm mal zum Geheimnis. Dann wird niemand das Geheimnis hier erfahren. Apollo ist... Ist hier kein Among Us? Natürlich, Apollo ist auch Crewmate. Hallo, es ist keine Apollo. Es ist Apollo, es ist Apollo. Irgendein Bogen in der Hand. Ich bin zu schlecht gekommen. Ich bin so ein Legolas. Ich bin immer Legolas in dem Simulator. Der Simulator... Ja, Roblox wird gleich auch noch gespielt. Nach Minecraft kommt direkt Roblox. Dann hat er die Wall-Guy. Apollo hat den Wall-Guy-Feuer-Sohn gefiltert. Pflanzen-Sohn. So, ab nach Space. Space ist doch auch hier. Wir sind im Raumschiff, Cricky. In der normalen Map, das Geld oder wie die heißt. Na, machen wir mal hier einen Report. Ich bin so nackt, dass ich nackt bin. Ja, den Skin habe ich dir gemacht. Ich bin Crewmate. Zeig dich nochmal für die Zuschauer. Schau mal her. Mein Buddy. Ja. Ja. Schau, aber mein Buddy ist so... Das sind Buddy-Bilder. Ich bin Buddy-Bilder. Merke ich dann. Ja, ist gut. Okay, wer rennt mir hinterher? Ich seh ein bisschen, aber ich schieße dich. Ich habe fast einen Tag Online-Zeit auf Dennis und Papa. Ich bin schlecht, heißt der halt. Wie schlecht kann man ein Detektiv-Sinn sein und ein Indotypen? Ich habe dir gesagt, er auf mir hinterher zu rennen. Ich glaube hinterher, wem ich will. Nee. Da muss ja glatt die Apollo sein. Was? Ja, der Imposter. Ich bin Crewmitglied. Ich mache gerade meine Tests. Ich mache gerade meine Aufgaben. Ja, ich mache gerade meine Aufgaben. Ja, guck mal. Aber wenn er das erschossen hat, dann muss er seinen Bogen jetzt irgendwo frei bringen. Das Buddy-Reportet. Das Buddy-Reportet. Acht Gold habe ich schon. Acht Gold habe ich schon. Ach Gold, um gleich dein Messer wieder zu ziehen, ne? Ist dich noch spannend. Krampflosse aufs Gammelgammel. Los, ich brauche noch. Ich brauche noch zwei Golds, Lukas. Ich brauche noch ein Gold, um dich zu erschießen. Lukas, trust, trust, trust. Lukas, ich habe es gesehen. Trust. Hä, was? Hallo? Erzähl doch! Du bist tot! Du hältst eine verdammte Schnauze! Nein! Töte ihn, Lukas! Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn! Warte, was hast du denn gemacht? Du stellst erst fünf Minuten mit dem Schwert voll und hast gegen eine Wand gehauen. Nö. Natürlich, ab auf Titanic. Die Gönner-Map. Hä? Titanic. Ja, City. Ja, City. Ja, hat mich verguckt. Mein Gott, kann noch mal passieren. Ich habe euch alle gebildet. Wartet doch ganz kurz, wartet dann. Das geht automatisch los. Apollo! Apollo, schau mal, warte mal, guck mal kurz. Du hast einen Pfeil im Kopf. Schau mal. Der Hinterkopf steckt da. Ich bin ein Mörder, was soll ich machen, hallo? Du musst Menschen abstechen. Ah, die Gucci-Ente kommt! Sag mir einfach, wer ist. Wer denn denn ist? Apollo. Die Gucci-Ente ist. Achso, Pfote. Na, der ist ja weg. Na, Flucht aus den Minen! Aber die Sprünge schafft er eh nicht, weil er ein Loser ist. Oi, 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 oi. Da kommt er aber. Hier, zack, 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 die Blaze. Apollo ist verreckt. Verreckt gestorben, meine ich. Ja. Es ist Lukas. Es ist safe, Lukas, ja. Es kann nur Lukas sein. Ja, ich gebe zu, es ist Lukas. Oh! Ich mag einen Legolas-Shot auf ihn. Oh, er ist in der Welt. Es ist Leon. Es ist Leon. Es ist Lukas. Es ist Leon. Es ist Leon. Oh, heiße! Hallo? Tote können nicht reden, hallo. Natürlich können Tote reden. In Mörder schon. So, jetzt aber Titanic. Da setze ich mich erst mal wie ein Fortnite auf den Stuhl. Krieg ein bisschen mit BRC. Ja, ja, ich seh's. Du bist richtig so in der Kind. Wie der Emoter. Ja, schau. Hier, zack, zack, zack. Ja, so, zack, zerrat. So springst du in der Kind. Zack, zack, zack. Ja. Ja. Können Among Us... Nein. Ja, geht. Geht das? Ja, habe ich letztens gemacht. Ja, das ist ja los. Warum? Warum ist hier ein Wasser? Kannst du ihm ja schenken. Wer hat gefragt? Feuerpflanze? Nein, Leon war das. Ich hab gar nie. Wie kamst du drauf, Leon? Weil ich Handy-Spieler bin. Dann schenk ihm das Kredi. Haha. Das war auch ein Spaß. Ich kann nicht immer Geld scheißen. Doch, das machst du aber. Ey, Fuchs wollte heute ein 12-Euro-Skin. Der hat mich angehelt. Der hat mich so angewinselt. Das kannst du dir nicht ausweilen. Ja. Wer? Bei Foxy. Nee. Natürlich, der kriegt nach den Ferien in der Schule. Der ist ein Schulkameraden. Der hat mich ultra angewinselt, bis er den Skin endlich bekommen hat. Der ist ja unglaublich. Der ist ja nicht gedacht. Der ist ja gut. Der hat mich jetzt noch gar nicht bekommen. Der ist wieder Leon. Ich hab Leon ganz spät gesehen. Ich hab Bogen. Murat. Loco61. Hi. Herzlich willkommen. Achso. Ich brauche mehr Gold. Was geht, Murat? Was geht ab? Ich brauche mehr Gold. Was geht ab? Achso. Ja. Ich brauche den Bogen kurz. Ich brauche das rein. Achso. Der ist noch hier mit Kuh. Kann ich nicht droppen. Er kann ja auch nicht droppen. Wie lost seid ihr denn? Die Gucci-Ente ist. Er schießt die Gucci-Ente. Nein, nicht mich. Schießt die Gucci-Ente ab. Ich komm. Da ist sie. Da ist sie. Legola. Er war nicht. Er war nicht. Er war nicht. Ganz große Lüge. Ich dachte, die Gucci-Ente ist. Ist der Lukas? Ja. Ist Lukas? Schieß ihn ab. Er ist. Er ist. Gleich zückt er sein Schwert. Er muss sein. Er muss sein. Schieß doch. Nein, ich glaube, diesmal ist er es nicht. Na, wirst du gleich schon sehen, was du davon hast. Er ist oder Feuer. Feuermelone. Oder wie er noch meint. Feuermelone. 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 Ich werde jetzt Lukas abknallen. Der Lukas ist es nicht. Der hätte mich schon tausendmal töten können. Aber genau das ist ja sein Plan. Nein, wir sind nicht bei Among Us. Natürlich. Ich schau doch immer auf dein Bildschirm. Wir spielen kein Among Us. Der Apollo ertrinkt gerade im Pool. Der Apollo nicht ertrinkt. Nein. Among Us. Soll ich schießen, Apollo? Du weißt, dass das dann am Spiel vorbeigehen würde. Nee, weil du bist es ja. Das kann ja sein, dass du es bist. Ja, kann auch sein, dass du es bist. Du warst nicht. Ach, Dennis. Weißt du was? Nee, jetzt ernsthaft. Du warst nicht. Lächerlich echt, Dennis. Ich war die ganze Zeit bei Ihnen. Hey, what? Als ob du es nicht warst. Ich war mir so sicher. Ja, genau. Ja? Du machst es noch nicht mal überzeugend. Denn es ist einfach nur lächerlich. What? Freunde, stellt euch mal drauf ein, dass das Stream heute nicht so lange geht. Hä, wieso denn? Weil ich auf so eine Kacke keinen Bock habe. Darf ich nicht mal... Nein, darfst du nicht. Ich darf gar nichts, oder was? Doch, darfst du. Aber wenn du mich erschießt, wäre alles gut. Ich habe die ja nicht erschossen, Dennis. Also, ich hätte keinen Blödsinn. Hättest du. Hä, geh jetzt auf. Ich fang mal, was mit dem Heck klein geworden wird. Dann wärst du gebannt. Und man sieht wie? M-mh. 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 Da sind eh nur zwei Zuschauer. M-mh. M-mh. da muss man auch links drücken dann musst du oder als um der vier klar ja das stimmt wer ist ich schieß direkt monge ab morgen darf ich dich abschießen mache ich auch nicht ich knall lukas ab zack ist daneben doch mal ruhig ja immer getötet der monge hat mich erstochen und ich auch ich habe aber gerade keinen hunger das sind wieder die büller die du hier raus ich weiß der war so schicke ich habe es euch doch gesagt der server ist kaputt apollo nö du bist kaputt bei mir funktioniert ja das ist unser anti-cheats hörst du auf zu singen sonst muss ich die toppower wegnehmen das ist ein einmal gibt es hier keine infektionen ja weil da uns nicht fünf million spielmodi drauf machen haben keine server mehr. Hä? Irgendwas, was ein Neverfeld. Pflanze, Pflanze, Pflanze. Die Pflanze, die kann doch nix. Zack. Dann hab ich den Pflanzensohn getötet. Aber der Lukas, der hat keinen Aim. Wie früher. Da hat sich nix geändert. Ich brauch den Bogen. Der Lukas, der hat keinen Aim. Er wurde gekränkt. Mein Minecraft ist abgeschmiert. Ei, ei, ei. Der Legu. Ah. Oh, Mann. Nein, ein Neverfeld. Klick mal mich auf mich im Steam und dann klick mal auf Version. So, Halloween. Ja, ihr seid heute extrem einschränkt. Komm ins Log-Kredi. Hier kommen nur die coolen rein. Hast du's gesehen? Moin. Geht mal auf TeamSpeak und dann klick mal auf mich und dann auf Version. Was steht denn hier? Lukas ist gestorben, weil er zu viel Mörder gespielt hat. Lukas, der Apollo ist gestorben, weil er, weil er jetzt gleich Heroin angegriffen hat. Heroin-Planzer. Dennis ist gestorben, weil er zu Kuba. Ich bin's gern nicht an zu viel Honig gestorben. Hallo. Hattest du nicht? Ja, den hast du aber nicht hier. Traust du dich mal in die Lava zu jumpen? Wenn du dich traust, dann... Ja. Dann bist du cool einfach. Ich geh ins Lappenründ. Okay. Das gilt auch. Dennis, was siehst du von mir, Dennis? Mal was stecken. Zeig, da ist der Hero-Fuzzi. Ah, ja. Ich fass es nicht. Er hat mich im Laborator einfach erstochen. Nein. apollo krieg ist ich bin ich habe mich erst doch hier kommt zu dir der og gamer ist übrigens stammt lange tot schau mal apollo was für ein riesen loch drunter ist alles mit hand gegraben das gibt es nicht mehr da gibt es nicht mehr es ist ja auch wieder winter bald das ist dann schau mal lass uns in die höhle von lass uns in die höhle von der mail ich bin in der melhöhle keine ahnung sind wir schon so lange nicht gewesen ich versteck mich in der melhöhle du willst mit einem schwer zeigen ja dann kann jeder behaupten naja eben ich renne vor apollo weg apollo er will doch nur gruben ja lukas hat eine visual gemacht ne da habe ich ausgegangen er hat sein messer gezeigt es ist nku es ist nku es ist nku es ist nku nku und nku das ist gar kein unterschied wöel ich bin nku ich bin nku unruh herr von unruh ist nicht da alles ist gar nicht dabei manga Lass uns groupen! Einlauf... Einlaufdachsen! Es ist ein Go! Es ist ein Go! Nicht ich! Es ist ein Go! Weil du ihn sehen musst! Ich hab er 5 an! Ich auch! Hallo! Wir müssen doch groupen! Oder bist du etwa der zweite Imposter? Ah! Ich brauch Gold! Es ist Monga! Es ist Monga! Ich... ich mein's ernst! Es ist Monga! Was? Ich lauf mit Monga hier rum! So schlecht wie gesagt! Da kommt die Gucci-Ente oder was? Es ist die Gucci-Ente! Es ist die Gucci-Ente! Ich bin es echt nicht, Mann! Ich hab dein Messer gesehen! Ich hab kein Messer im Inventar! Stimmt! Kannst du auch nicht haben, weil du das bei mir im Rücken vergessen hast! Meinen Vater glaube ich! Mein Vater ist tot! Wieso sollte er lösen? So ein Gold lassen! Ich bin Legolas! Ich hab kein einziges Gold gesammelt! Ja schnell! Was könnt ihr denn? Die Tech ist heute mal ganz los! Wo ist denn die Höhle? Du wolltest mir nicht glauben! Du wolltest mir nicht glauben! Natürlich glaub ich dir! Ich hatte ja mal einen Fliegen sehen, fühle ich! Da ist die Ente bei mir, Dennis! Ich geh grad zum Bogen! Pass auf! Ich schieß einfach random in die Luft! Schau! Ich treff ihn einfach! Schade! Nein! Nein! Schlägt der Lauf da aus! All of Ducks! So! Eine haben wir noch! Und dann gehts rüber zu was anderem! Nämlich Roblox! Robloxchen! Ja! Hast du Lust, Apono? Was? Hast du Lust? Sie spielen auf was sie Bock haben! Nicht auf was ihr Bock habt! Lass dich! Lass dich! Lass dich jetzt! Warte auf mich! Lass groupen! Kann ich starten? Groupen! Ich bin innobrennt! Ich bin innobrennt! Ich bin innobrennt! Wir groupen jetzt! Komm ran! Ja, serverex! Apolo ist in der Gruppenhöhle! Ich verfolge jetzt Leo! Wenn er stirbt, dann bin ich hier schön! Wenn er stirbt! Äh, wenn er stirbt, dann bin ich hier schön! Es ist so lächerlich, ne? Der hat keinen getötet! Dennis ist Dennis ist Dennis! Weg, weg, weg! Munga Mungo ist gestorben! Auch Lukas hat mal wieder AIM! Ja, wir wechseln jetzt Roblox oder lass uns noch mal gucken, ob es noch einen Server gibt! Was für ein Server denn? Wo wir noch eine Runde drauf können! Ja, klar gibt es noch Server! Gibt zum Beispiel Lolleck und Polleck hier, äh... Was heißt das denn? Lass uns auf... Rolleboil! Ich bin jetzt auch in Trouble! Haben die noch was Tolles? Nein! Aber Rolleboil! Dann gehen wir auf Boyle! Aber nur ein, zwei Runden Boylen! Weil da hast du ja auch noch den Rang! Aber dann haben wir nicht, Apollo! Na klar! Ah, der Code! Du musst gleich wieder in Code eingehen! Jetzt müssen wir erst mal gucken, wo ich Rolleboil hab da! Aber wir spielen Meetup! Was spielen wir? Wir spielen Meetup! Wir machen eine öffentliche Party! 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 Und... Wat... Mango! Ne! Manga Mango! SELF Party! Ähm! SELF Party! SELF Party Join! Wie heißt du? Dennis! 1107! Komm rein! Nein, Apollo! Und dann machen wir eine Runde Meetup! So, was machen wir? 4C Meetup! Was ist das denn? Weißt du gleich sehen! So! Wir gehen schon mal in der Raum! Ist es euch auch so kalt? Ich sitze gerade in meiner Decke! Nein! Wir haben eine Heizung! Wir haben eine Heizung! Wir auch! Ich hab zwar auch eine Heizung, aber die Heizung ist nicht an! Ja, dann mach doch an! Spann dich! Spann dich! Spann dich! Spann dich! Darf ich! So! Wie? Darf er bestimmt nicht! Wenn kalt ist, dann nimm mal die Heizung! Dafür ist er da! Soll mir einer sagen, darf ich nicht! Spann dich! Spann dich! Apollo Mama Slash Join Me! Ey, Apollo Venice! Welche Farbe sollen dann die Hauptfarbe von diesem Mutefacher sein? Puh! Dennis, welche Farbe willst du haben? Geld! Was? Nein, keine Ahnung! Weiß du nicht das denn? Das ist mit dir doch entscheidend! Was ist dein Helfer? Es kommt niemand in den Mietab rein! Dann können wir es auch nicht spielen hier! Niemand kommt rein, weißt du? Das ist es halt schon wieder! Sind überhaupt Leute da? Wir sind zu fünft und einer gehört nicht zu unten! Ich nehme einfach so ein weiß-lila! Mach einfach mal! Mach's, dass es gut aussieht! Ja, nee! Dann müssen wir das Server wechseln noch! Ach, Mann! Ja, jetzt weiß ich schon, warum wir nicht so lange mehr gespielt haben! Weil mir das auch immer auf den Nerven geht! Alle fünf Minuten immer das Server wechseln! Dann lass uns doch einfach Skywurst machen! Oder was? Meine Güte! Macht aber keinen Spaß! Habe ich gerade keine Lust! Ja, dann lass uns aufhören! Ja, jetzt kommt auch noch BRC! Dann lass uns, dann geht Skywurst wieder! Nein! Dann gehen wir auf Grief! Was ist denn Grief? Wollen wir uns einfach auf Grief? Ich schenke den ran! Warte ich! So, Monga, komm her! Wie lange gönne ich dir? Ich gönne dir einen Tag! Nur so heute! Pass auf! Was machen wir jetzt hier? Keine Hoppies! Dennis! Warte! Warte, warte, warte! Hast du Hoppies? Gut abgezogen! Zweimal! Abgezogen! Okay, ich schenke dir gar einen Scheiß! Okay, wir machen... Dennis! Ja, ich schau doch gerade, was wir machen! Jump League! Jump League! Komm zur Jump League, meine Freunde! Jump League! Guten Appetit! Guten Appetit! Äh, müssen die Games drauf sein? Oder... Ja! Fällt es dann wohl? Ich weiß auch nicht! Mehr Minigames müsst ihr drücken! Was? Mehr Minigames! Auf die Kiste und dann auf den Sprung-Track! Okay! Äh, welchen Robby? Lens! Eins! Was denn nochmal die Mindestgriffe bei YouTube? 1 Meter 50! Okay! Nein! Äh! Du meinst jetzt vom Banner her, ne? 2... 2... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 10... 1... 1... 3... 4... 5... 5... 5... 5... 4... 5... 6... 5... 6... 5... 1... Ich wollte gerade sagen, erstes Modul ohne Fail, dann habe ich verkackt. Aber die Module sind ja auch Arsch lang. Mann, ich bin so schlecht in Minecraft. Hä, das sieht bei mir ein Textrapeck immer gleich aus. Apollo, soll ich dir dann über Instagram schicken? Ja, ja, mach mal. Ja, ich gebe mir noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, mach nachher. Hallo? Achso, ich bin jetzt aber hier am Zocken. Ich kann eh nachher nach Streamen gucken. Och Mann, die sind echt lang, die Module. Das mache ich immer, wenn ich weit springen muss. Ich auch. Je mehr man draufhaut, desto weiter springt man. Ja, ja. Achso, ich muss eines sagen, es ist zu logisch, es ist zu reinigemassen. Ja, je mehr man so eine Tastatur schrottet, desto mehr... Ich weiß nicht, wo bleibt das nicht. Das ist dumm, das ist ein Sau, Sau. Ich hatte schon Windschlüsse. Da musst du ja ehrlich nicht der Beste sein. Doch, ich hatte auch schon lange welche. Aus dem Anfang rund, wenn man einmal kurz rechtsklick gedrückt, hält mit dem... Lass mal rechtsklick gleich gedrückt mit dem Respawn-Item. Wenn du ein Checkpoint hast. Ich bin auch nicht der Beste. Ich bin mal fest doof. Ja, aber das geht gar nicht. Das kann ja gar nicht gehen. Ich habe schon zwölf Tode. Ich habe einfach Bock, jetzt mal richtig... Jetzt kurz richtig... Nein! Vorletzte Block, da falle ich runter, weil ich nicht richtig... Wie beschissen ist das denn? Meine Fresse. Zum Kacken. Ich habe jetzt 150 Tode. 100 Tode. 122 Tode. Dafür ist doch das Respawn-Item da, du Johannes. Ich bin bei Modul 5. Ich bin bei 1, Feuersch... Feuermütze? Feuermütze? Feuermütze, Mann! Du Schaummützel! Der Mütze, Mann! Du Schaummützel. Der Mütze, Mann! Nein, ich rage gleich! Tust du das nicht jetzt schon? Für die Klicks. Ja, Klicks. Oh mein Gott! Sie braucht keinen Klicks. Sie ist ein Klickskmeißer. Nein, Mann. Was macht der Pisser? Bruno öffnet seine BRC. Ich wollte noch Remote machen, wenn ich fliege. Wenn der Sprung... Ich bin so gut, dass ich während des Sprungs noch hier BRC... Ey, bei mir hat Kri heute... Wenn der mit dem Gleiter geflogen ist, last forever, der macht. Doch. Ey, streitet es doch ab, hörst du doch. Ja, das ist doch bekannt. Scheeks wollte mal ein... Scheeks. Äh, Fortnite-Hack-Clank zu programmieren. Ja, Scheeks ist auch ein Hacker. Nein, ach Mann. Ah, Pfeff. Bin ich gut. Da gönne ich mir erstmal wieder ein paar... Nein, bin ich schlecht. Ich habe jetzt 189 Tode. Warum hast du so viele Hilfsblöcke? Hä? Ich habe noch keinen einzigen Hilfsblock. Du hast auch erst sieben Tode. Lass mal rechtsklick mit dem Item da gedrückt. Nein, ich will ja... Ich weiß mal, wie viel dein Account wert war. Meiner? 2 Cent. 600 Euro, oder? Ja, ist auch dumm, der Typ anscheinend. Ja, da ist doch gar nichts. Da ist doch... Das verdiene ich, während ich schlafe. Ich bin nur nicht mal 18. Das glaube ich dir sofort. Das verdient ist 50 Cent von der Tante. Oh! 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 Was du verdienst, das ist ein feuchten Katzen für uns. Oder die... Oder die... ... ... ... ... ... ... ... Ganz, ey... 189 Tode. Da gönne ich mir erstmal noch ein paar. Ich will mehr Tode haben. Komm, ich mach die tausend voll. Ne, mach ich nicht. Hallo, spring doch mal vor... Na, was wolltest du grad sagen? Weiß ich nicht mehr. Dann wollte Affe sagen. Ananas. Affe sagt man nicht. Affe ist ein verbotenes Wort auf unserem TS. Ja, er springt halt manchmal nicht, der Affe. Und wo stand das? Ja, wenn du... Hab ich mir grad ausgedacht. Ja, wenn du... ... ... ... ... Wart bist du denn für einer? Bann, den mal weg, Alter. Huh? Big Mac. Bann, den weg. Ja, Paul, der Mie bist sowas von 2012, Alter. 2012, ganz monst. Und jetzt nimm mal die 2000 weg, dann hast du noch dein Alter, Alter. Oh. Oh. Die Franz fliegen. Die Franz, Alter. Aber sowas von, Digga. Der Rentner haut raus. Das war ein Diss-Apollo. Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Das stimmt. Nein, ich werde direkt nach dem nächsten Windelwechsel, da werde ich mir auch bei ihm was einfallen lassen. Wie gesagt, lieber gut machen und dafür... Ja, schauen wir mal, ne? Wie gesagt, ich gucke erst nach dem Stream, weil ich jetzt hier am Spielen bin. Dennis, wie kannst du 100 Tote haben, aber du bist bei Modul 8? Nein, weil der Fohr Kacke ist. Richtig. Was? Nein, ich raffe gleich auf. Kann man sich mit Helpsblöcken rüberbauen? Natürlich. Aber du kommst ja nicht unendlich. Ach, ihr Kacke. Du hast gesagt, ihr Kacke, du Lies. Nein, ich meine, rüberbauen zum anderen. Wann soll das denn gehen? Ich glaube, hat die ganze Zeit fehlt. Ah, das ist doch für Kacke. Ich habe jetzt aber nichts mit Fortnite oder so drauf. Was? Dann ist es Kacke. Ja, wir haben ja gesagt, Fortnite, Minecraft, Roblox. Die drei Komponenten. Minecraft wegen unseren Wurzeln. Fortnite wegen der Zukunft. Und Roblox geht halt immer. Es sind sich alle drei. Naja, wir auch. Ich auch. Aber wo geht es denn hier lang? 400 Tote. Ich mache noch die 555 voll. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ja, ich habe 500 Tote, habe ich mir gerade gespammt. Doch, habe ich. Ach, schade. Ey, non. Schade, schade. Ich habe 65 Tote. Wie, wie geht? Ja? Ich habe jetzt gleich geschickt. Ich habe jetzt gleich geschickt. Ich kriege weh. Was hast du für einen Prozessor? Ich habe einen Ryzen 7. Sag einfach I. I ist Intel. Ryzen ist AMD. Intel kostet. Hey, die 90 ist doch das. Nein. Ich bin gerade geschickt. Die 90 ist doch der Wettste auf der Welt. Oh, no. Freunde, ihr hört hier live den Kriggy auf Toilette. Der hat ein bisschen einen festen Stuhl. Deshalb, äh. Hört doch mal auf, abfohlen. Wundert euch nicht bei manchen Sachen. Ja, dann kommt es gleich besser rausgeschissen. Wie lange brauchst du, bis du GTA installierst? Ich GTA installier vielleicht bis 20 Minuten. Ich brauche das, ich hoffe nicht. Nein, bei mir dauert das vielleicht 10 Minuten. Ja, mit deinem E5. Ich gönne mir jetzt noch richtig viele Tode. Apollo hat 14 Tode, ich bin bei 702. Dann zieht ihr auch mal eine Tode. Apollo, gönn dir doch auch mal ein paar Tode. Nein, ich muss noch fahren. Ja, ich töte gleich. Ich habe 300 Tode. Und wen und warum? Nein! Doch! Oh! Kann man was? Geht nicht. Ich weiß nicht. Dann kannst du bei mir nur 7, oder was? Schnelle ich mal noch die 1000 Tode. Ich bin der Baba-mäßigste Baba. Ich habe 1008 Tode. Schau mal, Papa. Hast du jetzt... Ja, gut, hast du jetzt nicht gesehen. Warte, schau im Stream, Apollo. Ja. Schau auf meine Tode unten. Ja, ich muss jetzt eben schauen. Schau, schau, schau. Ja, dann ist es, aber ich muss ihn erst mal einkaufen hier. 1017 war der letzte Stand. Wann beginnt der kommt? Wenn er beginnt. Wann beginnt der? Ja, gleich, wenn man sich ausgerüstet hat. Ich bin schon fertig. Apollo, ist es schlimm, wenn da so ein kleines Wasserzeichen drauf ist? Ja. Soll ich das wegmachen? Ja. Kann man aus TNT was machen? Kann ich da nicht mal einen Namen reinschreiben? Nein. Okay, dann mag ich das nicht. Brr. Aber wenn das gut ist und wir das nehmen, dann werde ich natürlich in der Beschreibung unten gerne drauf verweisen auf dich. Kann man jemandem etwas schenken? Ja, sehr korrekt, Apollo. Ich habe jetzt zwei Skins reingepackt und das haben einen. Oh mein Gott, ich habe die Besten gemacht. Ja, Apollo, willst du kurz geschüttet werden? Wieso? Willst du noch deinen großen Bruder holen oder was? Wie kann man in dem Spiel sagen, dass man bereit ist? Das musst du ins Mikrofon. Musst du dreimal sagen, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ähm, Apollo. Ja? Ich will nicht die Bilder von deinen Skins haben oder so, aber ich weiß nicht, was mit Minecraft drauf ist, was mit Minecraft meint. Schau mal, was ich habe, Kriegi. Mit 64 Fallen, verzauberte Schmelz. Kriegi, du bist so lost. Kriegi, du kannst ja das Spiel nicht, du hast einen Eisenhelm gekauft. Wie schlecht, der ist genauso gut wie Kette. Ja, wir machen erstmal den Exorzisten kaputt. Ja gut, das stimmt schon, irgendwie. So, los, jetzt den Exorzisten erstmal. Apollo, ich habe 14 Herzen. Den müssen wir töten, den Dämon. Ja. Nicht, 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 wir teamen, du Lock. Was machst du denn? Wo ist denn der Exorzist? Was machst du? Alter, dein Ernst? Oh, jetzt kill. Feuerpflanze muss ich leider auch killen. Dennis, wir wollen zuerst den Exorzisten. Was mache ich denn gerade? Aponno. Wo ist der denn? Der Hekt, der Hekt. Hör doch mal auf, ich dachte, wir team. Ja, der Apollo greift mich auch an. Nee, ich wollte, ich wollte nur den Exorzisten. Rikki, wie viel Schaden habe ich dir gemacht? Bist du dumm? Ja, weil du mich auch seht. Und war krass. Rikki, wie viel Schaden habe ich dir gemacht? Wo ist er? Warte, ich komme, komm hier zu mir, komm zu mir. Komm in meine Richtung. Oh, ich habe ihn so geblüht. Ach, das ist Apollo. Sorry. Apollo muss dich heilen. Ein Leben hat der Exorzist. Wie viel Schaden habe ich dir gemacht? Ja, du hast mich getötet. Der Shithead schreibt da zu mir. Hallo, da ist er. Da ist er. Was schafft er? Jawohl. Ab. Hallo. Ich verstecke mich. Ich oder du? Das ist doch keine Spamerei, dass ich einfach... Du meinst mit dem Bogen, ne? Ja, weil der Dennis nicht anders kann. Hä, nein, das gehört einfach dazu. So verteilt man Kombos. Apollo, du lebst. Du hast mir keine... Ich bin nur Boss, wenn du hast mir keine Kombos gegeben. Ja, und wenn du... Ich bin halt einfach gut im Jumpen. Und hab dann halt gute Waffen. Wenn du halt so schlecht bist und nichts geschissen bekommst. Die Feuerpflanze tötet dich mit der Faust. Die kann ich mitzocken. Äh, ja. Wenn wir noch spielen würden, könntest du mitzocken. Aber wir machen es, glaube ich, gleich... Roblox. Roblox hier. Aber... Aber da kannst du gerne mitmachen. Ja, die Strandparty. Nein, die nicht. Och Mann. Warum denn nicht? Einmal noch die Strandparty. Nein. Warum nicht? Wir können gerne den Naturkatastrophensimulator machen. Ich kann auch schon mal die Strandparty im Hintergrund starten. Und so lange spielen wir noch eine Runde Minecraft. Ich sag ja, nach dem Stream gucke ich. Und wenn die Strandparty gleich losgeht, steigen wir kurz ein und schauen uns die Party an. Schade. Warum denn nicht? Die war doch toll. Aber sowas von. Ja, der Feuerpflanzenlohn ist nur am Campen. Ja, bin ich auch. Ja, dann hör auf. Ja, dann hat er gewonnen. Der ist ja im Haus. Ich bin schon raus, Apotten. Ach so, du bist schon raus. Auf Camperei habe ich keine Lust. So, also Roblox jetzt willst du jetzt. Was muss ich starten? Roblox Player oder? Ja, Roblox Player. Ja, Roblox Player. Wie kann ich dir nachjoinen? Indem du auf Freunde gehst. Den privaten Servercode gehst. Ne, ne, ne. Ich glaube, wir schauen, dass ich ein Spiel bekomme, mit wo ich kostenlos private Server machen kann. Wir werden doch den Naturkatastrophen-Simulator machen. Der war doch immer geil. Ne, habe ich gerade nicht so Lust. Da hat der Kriegis eine große Liebe getroffen. Ja, die er nie getroffen hat. Oh mein Gott, du kannst mich nicht rein. Also, Roblox, nein. Roblox, kannst du gerne mitmachen, Dieb. Einfach den Roblox Player starten. Uns zur Freundesliste hinzufügen. Oder mir eine Anfrage schicken. Ich habe einen Fall schon, als ich meinte. Tee, Apollo 28. Und dann einfach uns hinterher kommen. Start mir kurz Roblox herunter. Ja, Apollo, weißt du, was ihr auch spielt? Ja, wir könnten auch hier den Kakerlaken-Simulator machen. Ich weiß. Ja, lecker. Jetzt kommt's. Bloons. Ja, da hat Dennis keinen Bock mehr drauf. Doch. Hätte ich Bock drauf. Na, aber da können nicht viele mitmachen. Das ist Kacke. Wir wollen ja mit allen fünf Zuschauern zusammenspielen. Mann, was ist aus uns geworden, hör mal. Früher haben wir vor 80, 90, vor ausverkauften Internet gespielt. Und heute sind wir bei Autohauseröffnungen und so. Neulich habe ich hier noch den neuen Aldi da durchgeschnitten. So was treten wir heute auf. Unglaublich. Ich konnte es leider nicht beobachten, aber ihr habt bestimmt... Apollo, was spricht dich mehr an? Der School-Simulator? Hör zu, der School-Simulator? Warte, hör doch mal an. Der School-Simulator... Hör doch mal auf. Halt doch jetzt mal das Maul. Der School-Simulator oder der Fishing-Simulator? Der Fishing-Simulator, weil wir in Fortnite viel Spaß beim Angeln gehabt haben. Okay, dann gehen wir den Fisch... Und in Minecraft haben wir viel Spaß beim Angeln gehabt. Also können wir eigentlich nur jetzt auch... Server-Name? Ich bin... einfach... parallel. Du musst jetzt warten, weil der... Dennis schickt gleich einen Link in den TS. Nehme ich mal an. Ja, warte, Dennis schickt jetzt gleich einen Link. So. Da gehe ich erst mal rein. Ertreten. Jo. So, ich schicke den Link. So, und die ersten, die jetzt auf den Link klicken, die haben gewonnen halt. Zack. Ja. Mr. Flimflam. Ja, völlig die Link. In TS. Welche Seite kann ich jetzt schließen von Roblox? Am besten die alle, nur nicht die, die das mit... Nein, gar keine. Du brauchst die alle noch. Der Fishing-Simulator. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was man hier machen muss. Ich weiß nicht, was wir machen müssen übrigens. Also, ich habe gar keine Ahnung wirklich. Ja, ich auch nicht. Ich war hier noch nie drin oder so. Spielen am besten. Ah, cool. Die Mucke wie immer. Uh. Oh, cool. Ich bin Cody willkommen bei Port Jackson. Ja, ich möchte mich... Ich soll mit Opa sprechen. Jo, wie läuft der denn weg? Was hat der denn? Ja, ich habe es. So, erst mal Musik aus. Ja, ich muss auch erst mal Musik ausmachen. Hey, ich bin Cody. Willkommen. Ja, hi Cody. Meister Fischer. Ja, ich bin schon Meister Fischer. Ich habe Erfahrung in Minecraft, in Fortnite, überall habe ich zu fischen. Oh, ich muss hier irgendeinen scheiß Quiz machen. Ja, und? Wo ist das Problem? Hey, Craigie ist so hässlich, Apollo. Schau ihn dir mal an. Der ist ein Default. Wo ist der Herr von Navy? Erstmal Musik aus. Rodney ist zu Hause. Ey. Freunde, wenn man das jetzt hier zum ersten Mal... Ah, da ist der Herr Rodney. Es ist immer schön, ein Gesicht zu sehen. Ja, glaubst du? Ich habe Ahnung. Hier. Ich habe eine Holzangel bekommen. Ich bin auch bei Rodney. Hey, Rodney, alte Segel. Lass mal hören. Ich habe... Jetzt bin ich ehrlich, ich bin Lehrling. Was ist das denn jetzt hier? Hey, ich kann hier angeln, Apollo. Ich glaube, ich muss jetzt zum Meer runter. Oh, ich habe auch eine Angel gekriegt. Nice. Ah, dieses Spiel habe ich sogar schon mal gespielt. Warte mal, ich komme mal ran. Ich nicht. Da ist Cody. Hey, Cody, du alte Segel. Guck mal, das ist wie Fortnite mit E-Matt-Manitüren auf. So, jetzt muss ich angeln gehen auch. Ach, hä, was muss man hier machen? Hä, der will immer noch, dass ich mit dem spreche. Warum? Ach, der will mir bestimmt noch Köder geben, ne? Der will dir noch mehr geben, ne? Ja, der will dir... Hä, wie geht das denn? Der will dich umbringen. Hier. Ach, du musst links klickst, Bäm, damit ich den Fisch rausziehe. Jawohl. Du eine alte Säge? Hä, nee, Fisch im Kram. Hä, will der noch mehr von mir oder was? Nein. Doch. Bei mir ist das doch auch nicht mehr. Du musst einfach mit dem Walter reden. Ich werde mal wieder rauskommen. Ja, aber der gibt mir andauernd eine neue Angel. Will ich doch gar nicht, die Scheiße. Oder ist der senil und vergisst... Oh. Ich hole den Fisch gerade raus. Ich habe auch ein eigenes Boot, also wer mit mir Boot fallen will, gerne. Ich will nicht mit dir Boot fahren. Hört doch mal auf, mir in den Weg zu stellen. Danke, was tut das Nächstes? Ich habe einen Fisch. Das ist aber schwer. Weiter unten drücken. Die ganze Zeit unten spammt. Ja, danke, was tut ich als nächstes, ja? Und jetzt weiter spammt. Spamm, 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 spamm. Du musst drei Fische angeln. Boah, nervt das Geräusch hier. Könnt ihr mich mal bitte alleine angeln lassen? Was war mit Handy? Kann man auch auf dem Handy spielen, weil... Ja, natürlich. Das ist ja low. Ja. Nein, du musst den... Du musst den in deine Unterhose stecken. Ja, genau. Apollo, das ist schwer, das Angeln. Das wirst du nicht direkt hinkriegen. Schau, Apollo, warte. Du musst jetzt warten, bis Blasen kommen. Schau. Ja, jetzt einmal drücken und jetzt linksklick immer drücken. Das muss im grünen Bereich bleiben. Nein, du darfst nicht in die roten. Ach so. Du darfst nicht zu oft drücken, aber auch nicht zu wenig. Ach so. Dann musst du genau aufpassen. Schau, warte. Dann werden wir ProBlock spielen. Weiß ich nicht. Ich hab kein Bock mehr. Wenn es viel Spaß macht. Na, du hast zu viel. Einfach immer so eins, zwei, drei, vier. Weiß ich. Gut, gut. So, und dann gleich sollte der Fisch anbeißen. Also es hat ein Gebissen, jetzt gleich solltest du ihn rausgezogen haben. Da, da wohl, du hast ihn. Deinen ersten. Nice. Oh, einen kleinen, na toll. Ja, das... Das Boot hat auch jede Fischerei gestört. Ja. Oh, nice. Das ist doch... Das macht Spaß, ne? Das ist nicht immer einfach ein stupides Linksklickrücken. Ne, eben. Zumal man muss halt wirklich dann auch... Oh, das ist gut. Man braucht drei Fische, dann muss man verkaufen. Und man kann sich dann auch besser an den Kaufen, denke ich. Ich habe schon mal gespielt. Ja, ich aber nicht. Ich habe einen großen Fisch. Ich habe einen riesigen Fisch. Ja, ich nicht. Ich habe nur einen großen. Oh, ja, jetzt habe ich... Ich bin Level 14. Ja, nice. Ich bin Level 2. Apollo auch und Kriegi auch. Hör doch mal auf, hier die Angelerei zu stören. Also, die, wie gesagt, wenn du hier... Bluen, sorry. Wenn du hier mitspielen möchtest, kannst du machen. Allerdings musst du dann auf den CS kommen, damit du auf den Server kommen kannst. Apollo, du musst jetzt zu Rodney bringen, Apollo. Was? Zu Rodney, oder wie der heißt. Guck mal links auf die 1. Guck mal, links steht eine 1. Links steht eine 1. Mit dem Mauszeiger draufdrücken. Hä? Ach da, ja, ja. Da, du bringst drei Fische zu Mr. Rodney. Ah, bringst drei Fische zu Mr. Rodney. So, der alten... Guck mal, was ich schon für einen habe. Du hast den auch, hier, so eine Forelle. Och, guck mal, rechts ist eine Quest. Du hast die auch schon, da kannst du dir Geld abholen. Ja, ich will erst mal... Warte, guck mal rechts. Dennis, ich muss erst mal zu Rodney. Seid ihr schon sicher, was ihr nachwirkt? Nein! Ich habe die Böse mal miteinander gefragt. Ich wusste, es liegt hier im Blut. Ja. Ich weiß, wusste ich auch. So, jetzt brauche ich mal hier... Wie kann ich das denn verkaufen? Hä, der hat sie gar nicht genommen. Das ist... Nein, du musst die auch verkaufen. Ah, hier. Hier kannst du die verkaufen, Abwahlung. Wo ist denn hier? Ich habe einen Palmen. Kannst du bessere Angel kaufen? Ähm, da ist ein zu Kisten. Da ist ein Shop hier. Ähm, da kann man... Zugehör... Zugehör-Shop. Da kann man doch bestimmt was kaufen. Wie kann ich das jetzt? Angelrouten-Upgrades, jawohl. Hier bin ich richtig. Nimm das. Was denn? Alles verkaufen. Zack. Was habe ich denn bekommen? Möchten Sie etwas kaufen? Ja. Haken... Ah, man kann sich... Man kann hier das erhöhen. Abholen. Man kann hier seine Angel aufgrähen. Man hat nur die eine Angel, glaube ich, aber man kann die aufgrähen. Da nicht. Nee, man kann auch andere Angeln bekommen. Ähm, da sind nämlich so Kisten draußen. Und die Kisten kann man essen. Für 1000, sonst 1000 und... Achso. Ich habe hier so auch meine Angel aufgegradet. Na, ich werde mir auch hier eine Profi-Angel holen. Hey, ich glaube, dass wir es schon mal getroffen haben. Nee, glaube ich nicht, Finn. Upgrades, ja, alles klar. Nehme ich. Und was? Ich hätte gerne noch... Ich habe meine Angel auch nicht abgegradet. Ich habe nur noch einen. Wie kommen wir? Ah, da verlassen. Dann fürs Einkaufen, ja. Haken Geschwindigkeit, Aufräumung, Geschwindigkeit, Seltenheitslevel. Oh, 11 Diamanten. Naja, das ist echt teuer. Wir sind gerade bei Port Jackson, aber wir können auch woanders hin. Man kann auch zu irgendwelchen anderen Inseln fahren. Aber Freunde, das ist wirklich gar nicht mal so schlecht hier. Komm mal, abwunde, drück mal M kurz. M? M wie Map. Ah, yo, Port Jackson sind wir. Aber er ist noch nicht freigeschaltet. Du kannst noch nicht zum anderen, doch. Du kannst nur anderen Inseln fahren. Ja, Fortnite, ja. Fortnite. Das haben die Safe Extra gemacht. Ja, Fortnite. Ja, das ist ja geil. Apollo, ich habe einen dicken Rochen. Muss er M drücken. Einen epischen Stachelrochen. Schau mal, Apollo. Yo. Ich würde mal sagen, ich bin mal weg. Ja, alles klar. Bis. Also ich meine, ich weg. Ja. Nee, nee. Ich meine, ich bin noch weg. Apollo, rechts. Drück mal rechts auf die Eins. Da musst du immer drauf achten. Rechts, rechts auf die Eins. Ja, habe ich doch. Rechts auf die Eins. Da ist doch eine Eins. Ganz rechts, 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 rechts. Rechts. Da. Ja. Und da kannst du dir deine Belohnung abholen. 100 Fänger. Das sind die Quests. Ach so. Da kannst du dir Sachen verabholen. Das ist noch zum Rotten. Und das sind der alte Hals. Rottene. Wieso denn? Das ist mega weit weg. Ich gehe da weiter. Wo ist Rottene? Na, jetzt habe ich wieder einen Luschenfisch. Aber je stärker die Fische sind, desto mehr, desto schneller musst du auch klicken. Voll cool gemacht. Oh, jo, jo, jo. Ja, wo ist Rottene? Na, du hast einen dicken Annel. Los. Ich würde lieber auf Nummer sicher gehen und schön in der Mitte bleiben. Na, du hast ihn gleich. Eine neue Art entdeckt. Eine seltenen Blauflossen-Tunfisch. Ja. Da gibt es bestimmt gleich ordentlich Zaster. Oh, den Angelsimulator finde ich gut. Ich auch. Fishing Simulator? Doch, ich doch. Der macht Spaß, der ist. Nee, hallo. Ganz viele verschiedene Fischarten, wie in Fortnite. Ja, du musst hier schön, du musst auch mal selbst was tun. Nicht nur die ganze Zeit links klick drücken. Ja, ja, ganz wahr. Weil wenn du die ganze Zeit links klick drückst, dann kann, weil dann wird es ja passieren, dass du einfach den Fisch nicht bekommst. Das ist ein kleiner Fuzzi, Mann. Ich schlepp gerade einen Fisch hinter mir her. Ich habe einen ungewöhnlichen Kohlfisch. A chest has been lost, find it to claim it's treasure. Oh, wo? Keine Ahnung. Ja, auf anderen Inseln, Apollo. Brauchen wir gar nicht erst versuchen. Wenn eine M drückst, siehst du das. Ach ja. Ja, ich muss jetzt erst mal wieder verkaufen hier. Hallihallo. Ich habe noch einen frei. Mega coole Fische, die ich hier verkaufen möchte. Moin, hast du ein paar Fische? Ja, sicher. Hat er echt gesagt? Moin, hast du ein paar Fische? Alles verkauft. Boah, 55 krieg ich für den Thunfisch. Nice. Ey, dann muss ich ja für meinen noch mehr bekommen. Und was bekomme ich denn da? 200 oder was? Apollo 127. Für welchen? Für den epischen Spock. Oh, für den Stachelbrochen. Nice. Ich scheppert es aber auch nicht Geld rein. Boah, ich habe hier den... Was kostet denn ein Boot? Lass ich mich mal gucken. Ein Boot kriegst du auch kostenlos übrigens. Du musst einfach nur vorne zu diesen drücken und dann eh drücken. Ja, auf dem Meer kriegt man bestimmt noch mal andere Fische als jetzt hier. Boah, möchtest du ja? Ja, ich möchte ein Boot kaufen. Boot shop. Also eigentlich möchte ich erst mal wissen, was so ein Boot denn eigentlich kostet. Hä, nein, ich... Wir haben leider jemanden getauft. Warte, das Ruderboot kostet 2400, aber sonst geht es euch noch gut, oder was? Also das habe ich. Hä, was habe ich denn bekommen? Ich habe ein Speer bekommen, Apollo. Ja, nice. Frage ist, warum. Ja, was macht ihr jetzt? Geht ihr auf den Boot shop? Nein, ich arbeite weiter. Ich angel noch ein bisschen hier am Strand jetzt. Ja, ich komme auch zum Strand. Weil hier liegen ja auch noch ein paar Blondinen rum. Apollo, da liegt ja keiner rum. Da kommt die Flut. Doch, die sind abgehauen jetzt, als du gekommen bist dann. Habt ihr schon die anderen Maps von Among Us gespielt? Nein. Und wir sind auch jetzt nicht bei Among Us. Nein, schon mal. Wieder so ein Müllfisch. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich habe hier einen Legendären. Apollo, der Legendäre würde viel mehr ziehen. Nee, der zieht wie Hulle. Der zieht wie Hechtsuppe. Apollo, dein Ding zieht gar nicht. Doch. Ich habe hier richtig Fetten. Apollo, ich habe mir eine andere Kilometer weit ausgeworfen. Da. Eine verbreitete Zoll. Oh, schau mal, der zieht schnell, Apollo. Das ist ein seltener. Das rieche ich doch. Mann, was soll wilder das Monsterloch hier? Ich sehe doch gar nichts mehr. Oh, Mann. Wer spielt da Among Us auf ganz laut? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch den epischen Stachelrochen. Jawohl. Ich habe wieder so eine verbreitete Scheißforelle. Da werfe ich erst mal meine Angel erneut an. Ich werfe die Kilometer weit. Ich werfe meine Länge. Mann, meiner zieht wieder nicht. Oh, du hast auch rechts ein Fischbruch. Schau mal, du hast wieder so einen geilen. Ein Kupfer beim Falterfisch. Apollo, schau mal rechts beim Fischbuch. Ja, warte, ich gucke erst mal in meine Quest. Aber je weiter du auswerfst, das Fisch entkam. Ich habe zu viel gedrückt. Ja, du hast hier ein richtiges Fischbuch. Ja, guck mal, das ist wie in Fortnite, das Fischbuch. Oh, das sieht wie Hechtsuppe. Miras Fisch. Ich bekomme genug Fische. Apollo hat schon wieder so einen richtig guten. Apollo hat schon wieder den besten. Woran siehst du das? Wie schnell der zieht. Schau das doch mal an. Der ist so, der schon. 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 Der ist so, der schon wieder. Dann komme ich erst mal zu Apollo. Apollo hat hier ja den Godspot. Ja, ja, hier ist, hier sind, boah, die beißen hier wie... Ich habe, ich habe einen legendären Schwertfisch. Woher bekommt man denn Diamanten? Ach, und eine Forelle. Na ja, ich gehe jetzt erst mal wieder verkaufen. Wie bringt der legendäre Schwertfisch? Oh, der zieht wie Scheiße, sag ich dir. Ich habe nur die Forellen geangelt bisher. Ja, das ist natürlich schlecht. Vier Forellen habe ich im Inventar. Fünf Forellen, Apollo. Was? Fünf Forellen. 190, der Large Stingray. Wow. Apollo, schau dir mein Inventar an unten. Ja, das sieht aber sehr bescheiden aus. Ja, ich habe nichts geschissen. So, ich werde mal meine Angel ein bisschen aufwerten. Ja, vielleicht musst du mal deine Angel ein bisschen aufrüsten. Was hast du, hast du die Seltenheit unten aufgerüstet? Ich habe alles aufgerüstet schon. Hier, ich habe von allen schon etwas. Aber ich habe 60 bekommen für alles, was ich geangelt habe. Hier, Seltenheitschance habe ich auch. Nee, die habe ich ja noch nicht. Das ist ja Diamanten. Was hast du denn da alles? Du hast alles auf zwei. Ja, ich habe hier drei, zwei und zwei. Ach so. Ich habe sogar mehr. Na, ich habe jetzt drei, drei, drei. Aber ich mache die Aufrollgeschwindigkeit. Der ist auch nicht schlecht. Weil die Aufrollgeschwindigkeit, die nervt mich immer. Das dauert ja Jahre, bis du da wieder was hast. So, jetzt tue ich mir eine schöne Angelstücke. Oh, ich habe wieder einen guten Apollo. Das ist doch der Stachelrochen oder so. Das ist ein ordentlicher. Na, ich glaube, ich habe hier auch einen. Der zieht bei mir genau gleich. Ja, einen ungewöhnlichen Kupferfisch bekommst du. Wollen wir wetten? Nein. Blauflösen-Thunfisch nochmal. Den Thunfisch hatte ich noch nie. Ich bin hier direkt am Shop. Hinter dem Shop sind wir. Ja, der zieht wieder low. Das wird wieder so ein Müllfisch. Ah, jetzt habe ich nur eine Forelle. Jetzt ziehe ich da auch eine Forelle ran. Oh, Apollo, ich habe den Stachel. Ich habe den Barsch. Oder wie der heißt. Aber nicht schlecht, Junge. Man kann doch gar keine Leerenbären fangen. Seltenen Blauflossen-Thunfisch habe ich wieder, Apon. Ja, du bist auch heftig. Ich habe schon wieder eine Forelle. Also, wenn ich jetzt noch eine Forelle kriege, dann... Das hatte ich gerade auch, die Forellenjagd. Dann wechsel ich den Standort. Freunde, herzlich willkommen bei den internationalen Roblox-Angel-Weltmeisterschaften. Aber kann man nicht auch seinen Rucksack irgendwie verbessern? Doch, glaub schon, dass man nicht... Wer spielt da Among Us so laut? Man kann ja nur Feuerpflanzen sein. Ich schaue mal. So, ich habe mir jetzt... Keine Ahnung. Der gibt mir die Fische nicht, die ich herahne. Ja, ich... Hör gleich auf zu spielen. Hä, wieso denn? Schau, das ist so ein langweiliger Simulator. Was? Der macht mir null Spaß. Du musst einfach nur angeln. Ja, angeln macht Spaß. Mir nicht. Flächen echt. Nein, echt ist langweilig. Ich mag mir erst mal was zu essen. Könnt ihr? Ich finde ihn voll cool. Er ist der beste Simulator der letzten 20 Jahre. Da, seltenen Blauflossen tun sie schon wieder. Hi, Sascha, Damien. Peter, ich bin ja da. Ja, herzlich willkommen. Zu den dritten internationalen Angel-Open. Herr, kann man irgendwo jetzt sein Rucksack verbessern? Ja, dann muss ich mal gucken. Patrick, es hat Haustiere gibt. Ja, damit kannst du epischere Fische fangen. Na, ich gehe mal Haustiere gucken. Was können die denn? 750. Herr, safe sind die OP da. Ja, jetzt spare ich auf 700 Euro. Aber nicht lange muss heute noch Musik machen. Warum musst du heute noch Musik machen? Dennis, wo sind sie? Ja, hier war das doch. Was kann man in der Taverne machen? Moin. Okay, nichts für mich. Das gab jetzt nicht so viel Verdienst, aber egal. Egal. Wo kann man denn den Rucksack abgrenzen? Ich fasse es ja nicht. Wie du einfach nach dem Rucksack suchst und ich einfach nach den Hitsuche. Der Rucksack ist ja bestimmt im Zubehörshop. Da gibt es bestimmt noch einen anderen Tab. Fliege zu einer anderen Insel. Ah, habe ich es gefunden. Fertig zu. Ich fliege mal zu einer anderen Insel, Dennis. Siehst du, Rucksack, hier kann man so verdingsen. Ja. 1300 kostet der nächste. Ich fliege mal zu einer anderen Insel. Die sind doch bescheuert. Also ich kaufe mir jetzt einen Pferd. Ja, das geht nicht. Ich fliege jetzt nach Forza. Ich will auch. Warte. Warte auf mich, ja? Ja, passt nur einer in den Ballon. Musst du den Heißluftballon. Ich komme jetzt. Der ist wie in Disneyland, der. Der in Disneyland ist größer. Ja. Ich hoffe, du hast die Fahrt genossen. So, ich bin jetzt auf Fortnite. Ich will auch machen. Ich habe einen Affen als Haustier. Nice. Ja, Digga. Ich glaube, mein Epic Games ist auf dem Zug zurückgelegt oder so. Wieso? Ich will ja. Ich logge mich an. Ich bin ein normaler E-Mail. Hier gibt es bestimmt ganz viele andere Fische. Ja, denke ich hoffe ich auch. Also, das ist ja eine eigene Seite im Fischbuch. Deshalb gibt es hier andere. Safe. Ja, der zieht auch. Oh, Paul, was hast du da für einen dicken Oschi? Der backt ja da richtig um. Du hast einen richtigen Oschi. Ungewöhnlichen Kubera-Snapper. Ich habe den auch. Der gibt bestimmt... Auf Fortnite. Der Insel. Ja. Wo ist Fortnite? Wenn du in den Heißluftballon steigst, kannst du woanders hinreisen. Ach so, da. Ja, wo ist er? Ach so, da hinten. Ich gehe jetzt auch nach Fortnite. Hä, wieder Fortnite? Nein, so Fortnite sind... Paul, ich werfe Speere auf dich. Ja, ich sehe das schon. Das sind auch Schwettfische oder was? Aber ich glaube, ich könnte damit vielleicht Fische fangen oder so. Ich glaube, ich kann damit vielleicht Fische fangen oder so. Mein Affeback war zu essen. Der macht mega Fortnite-Simulator. Fortnite? Ja, auf der Insel sind wir. Boah. Ich habe einen Affen hier. Ernsthaft? Ja, die Insel heißt Fortnite. Bleibt ihr da? Ja. Wie denn? Ja, mit dem Heißluftballon. Rübergeflogen mit dem Heißluftballon. Warum nimmt sie mich nicht mit? Weil du was zu essen dir gemacht hast. Kann ich hier schwimmen? Nein. Nein, du kannst aber auch den Heißluftballon nehmen. Mein Affen gefällt mir gerade. Da bist du doch in Jahrzehnten noch nicht da. Ich bin lange nicht da, aber ich schwimme hin, ja. So, ich muss einmal zurück die Fische. Ach nee, ich habe noch einen Platz frei. Hey, du kannst das bestimmt auch hier verkaufen. Meinst du? Boah, unter Wasser kommt gleich ein Riesenhack. Das wäre doch sonst richtig nervig. Es gab so ein Brust ist fast nur... Oh, Apollo, schau, was ich vorhin habe. Der zieht richtig. Ja. Apollo, schau dir an. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn im Stream Zwerge. So, scheiße. Legandärer Yellow Snapper. Wow. Der gibt doch jetzt ordentlich Asche. Mit dem Heißluftballon. Nein, ich habe einen legendären Yellow Snapper gefunden. Ja, den siehst du doch da auf der Map. Guck dir doch mal da oben. Der ist da am... Wo kann man hier verkaufen? Man kann hier nicht verkaufen. Nee, man muss zurückfliegen. So, ich komme jetzt einmal zurück, um meine Fische zu verkaufen. Ich komme auch jetzt zurück. Ja. Geht doch zu einem Bazaar. Port Jackson. Apollo, ich sage ja... Apollo, wir müssen schätzen, wie viel der legendäre gibt. Ich sage 217. Ich sage, der gibt 217. Und du? Ich sage ja, den 2,3, 300. Was ist denn das? Aber es kriegt doch lange ein Affe. Hier, ich habe dir die Mega-Fische mitgebracht. Was? 92 gibt der nur? Na toll. 537. Was? Für den einen. Der kleine gelbe, das ist ja Hammer. Der gelbe Snapper. Warum habe ich den nicht? Ich habe 947, Apollo. Ich fliege nochmal schnell zurück. Nimm mich mit. Ja, ich kann den nicht mitnehmen. Du musst alleine fliegen hier. Erklär mir mal, was ich machen muss. Ja, du gehst einfach auf den Typen hier unter dem Ballon, drückst E und dann sagst du ja. Und dann gehst du auf Fortnite. Und dann fliegt er dich da hin. Ich kaufe mir erst mal ein Haustier, Apollo. Schau mir zu, bitte. Schau mal kurz. Ja, Dennis, ich bin hier am Angeln. Schau mal, ich sag, ich sag gleich, was ich bekomme. Ich will doch kein Königleser, ich will ein normales Ei öffnen. Los. Ich habe einen gewöhnlichen Affen bekommen. Ich habe mich auf. Und ihr findest da hier nur heftige Pflanzen. Was bringt der denn? Fisch als Karmel. Der Miedersfisch. Plus 5% Harkengeschwindigkeit. Das ist immer noch so laut bei Feuerpflanzen. Oh, das ist ein Brummer. Bei mir bringt der 5% Dings. Bei mir bringt der 5% Harkengeschwindigkeit. Ich bring also alle Affen was anderes. Oh, nice. Na, Pollo, ich komme an, ihr Flogen. Ja, ich gehe gleich mal, wenn ich verkauft habe, fliege ich mal zu einer anderen Insel. Geht nicht, es gibt nur die. Ich habe gerade schon probiert. Echt? Nur die ist gerade geöffnet. Du brauchst ein höheres Level für die anderen dann. Hä? Wer hat den Fisch nicht angenommen? Neue Arten entdeckt. Also, die Haustiere lohnen sich nicht, würde ich sagen. Nee, es gibt auch nicht. Weißt du noch, wer ich bin? Zu teuer. Ja, du warst neulich schon mal da wieder. Du bist doch hier, ach, wie heißt der denn? Zweig. 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 Zweig, Zweig, Zweig. Ich habe einen verbreitenden Rettang. Nice, ich habe gerade einfach meinen Fortnite-Account verloren. Ich kriege nur verbreitende Rettang. Wie kann man den denn verlieren? Wie, wie, wie teuer war er? Ja, ich sage nur Season 1 und Season 2. Übrigens, man hat ein eigenes Aquarium hier. Den kann man ja nicht verlieren. Wie willst du den bitte schön verloren haben? Ich logge mich mit meiner E-Mail an. Das einzige, was in meinem Account ist, ist der Default-Ents. Was höre ich hier, Nico? Was redest du da? Ja, irgendein Quatsch, weiß ich auch nicht. Weil das geht so nicht. Ich habe meinen Epic Games oder Foto-Account verloren. Warum? Das funktioniert ja so gar nicht. Das geht nicht. Du musst den Account löschen, um ihn zu verlieren. Eben. Ich gehe hier mit meiner E-Mail an, dass ich dich immer benutze, mit dem Account, ich werde zwar mit Elite Agenten, logge ich mich ein. Und das Einzige, was ich sehe, ist Default. Also nur Spitzsacke, Tanz und mehr auch nicht. Gleich muss ich weg. Genau, weil ich werde nochmal das Kind zurück, oder? Und fassen und bleibt gleich. Du hast schon registrieren getrückt oder? Anmelden. Mann, Apollo, ich habe wieder fünf Red Tanks bekommen. Das gibt doch... Wie habe ich denn gerade einen legendären bekommen? Also ich würde mal sagen, ich filme mal kurz mein Aquarium. Ich kaufe mir jetzt gleich erstmal für 1200 neun Dings. Neun Dings ist immer gut. Neun Rucksack. Ach so. Ja, als ob ihr jetzt weg seid, alle von der Insel. Was passiert jetzt, wenn mich hier ein Hai überfällt? Wenn ich hier alleine bin? Äh, stübst du halt. Es wird dunkel. Hier, nach Watchers Bay, da kann man auch, Dennis. Echt? Ja. Ich komme? Ja, irgendwo im Meer. Schön. Die haben dich irgendwo im Meer ausgesetzt. Ich bin in der Watchers Bay, der hat mich hier einfach rausgeschmissen. Was ist denn das Watchers Bay? Ja. Wo denn? Hä? Ich sehe hier nichts. Da! Wo? Besuch des Beobachters. Äh, Buch des Beobachters. Da. Watchers Bay. Ja, hallo! Hä? Ich bin auch im Wasser. Ja, ich hoffe, du hast die Fahrt genossen. Ja, schön. Ja, wie komme ich denn jetzt zurück, da? Schwimm. Ich bin hier irgendwo im Wasser gelandet. Wir müssen jetzt durch zurückschwimmen. Apollo, du hast... Oh Gott, wir haben nicht nur die sechs Plätze. Schau mal in dein Inventar. Drück mal F. Da hast du auch noch Platz. Achso. Du musst zurückschwimmen. Ja, wohin denn? Andere Richtung. Achso. Na, das dauert jetzt ein paar Monate. Ach, Mann. Oh mein Gott, IQ, wie gut bist du? Wieso, wie geht das? Glaube ich. Äh, Escape. Charakter zurücksetzt. Hä, dann habe ich ja nichts mehr. Apollo, mach einfach. Ja, möchtest dich zurücksetzen. Haha, jetzt hast du nichts mehr, jetzt fängst du von vorne an. Ach, hier kann man einen Diamanten kaufen. Oder beim Spielen gewinnen. Ach, ja, ich kann es ja in Pokern. Nice. Da ist der Landon, der Affebild da. Mit Diamanteneinsatz. Schuhe, wo... Warum ist mein Spiel denn jetzt auf Englisch, verdammte Kacke? Was soll das Scheiß? Ich gehe zu Fortnite-Insel. Ich kann mit. Nein, mal Einstellung. Da ist das doch nicht in den Einstellungen, oder? Alter. Na, da ist nicht. Ja, wo kann ich das... Ja, doch, Schuhe, what do you need. Das ist doch alles auf Deutsch, was? Schuhe, what do you need, ist Englisch. Das ist immer Englisch, glaube ich. Ach, guck mal, hier kannst du dir Diamanten verdienen. Ich weiß. Ich habe schon Aufträge erledigt. 18 Landdienst da. Ah, ja. Was hast du gefangen? Oh, ich bin schon Level 7. Aber ich will die Aufträge nicht verlassen da. Ne, tut mir leid. Ich bin vorwärts, wo man 3 zu den Rest denkt. Oh, super. Er hat einen verbreiteten Rettchen. Ach, stimmt. Er schmeckt. Kennt ihr jemanden? Lass in der Bord of the Wild. Unglück nicht. Ach, so los. Na, no. Na, Nico, was macht ihr denn hier noch schön? Mit Angst, wir hätten von vorne einen Augen. Aber langsam wird es langweilig. Ja. Nein. Mann, warum denn nicht? Man hört doch nicht mal die Geräusche. Nein. Der ist wirklich langweilig. Ja, dann kann sie den gerne spüren. Bei uns links klicken und ist was, um zu furzen. Mehr nicht. Dann kannst du dir bessere Essen kaufen, damit du fetter furzen kannst. Also das hört sich doch gut an, oder? Ja, finde ich auch, aber Apollo will nicht. Ja, ich finde das einfach niveaulos. Und das ist der Schublade. Ich schaue mich mal um, was es hier noch gibt. Lass uns doch mal den Schule-Simulator spielen. Apollo. Nee. Warum denn nicht? Ich habe keinen Bock zu... Nee, ich finde jetzt ist auch genug gerobloxt. Nee. Dann lass uns noch zum Ende. In den Roblox Theme Park. Das ist das gleiche wie dieser Wasserpark, wo du nur rumlaufen kannst. Da ist wieder irgendeine Party, oder? Nein. Wir können aber auch zur Party. Nein. Oh Mann. Aber da gibt es hoffentlich auch eine Party. Roblox Point Theme Park. Oder nee, der Wasserpark Briquatica. Da gehen wir rein. Ich mache einen Server. Gar nicht, ich schicke einen Link. Damit wäre Roblox abgeschlossen. Nein. Nur das Angeln. Server Name? Ich bin ein... Ich bin Baba unterwegs. So. Wissen wir noch nicht. Jetzt holen. So. Jo. Konfigurieren. Generate. Gruppieren. Wo ist Lukas? Schaut Lukas? Obwohl er in der Stream-Lounge ist. Einen anderen Stream? Ja, mit Sicherheit. Der schaut doch nicht ums ab. Hier. Den läuft einen Link nehmen. Statt unseren. Ja. Die Mod Bewerbungsphase ist auch eröffnet. Ja. 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 Der Wartepaar. Apolli. Also ich bin schon drin, ne? Hehehe. Der Trick war? Ja, kommen sie rein. Noch nicht rein. Erst ins Spiel, wir versammeln uns erst alle. Gude. Warum jetzt hierhin keine Party? Und mein Essen ist gleichzeitig. Ist doch egal. Glaubst du das, wie du ihn drehen? Mein Gott, dein Verhunger ist halt. Komm doch mal. Klapp. 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 Klapp mal wie ein Aff an dir. Okay? Ich bin nicht bei euch. Hä? Ich bin nicht bei euch. Du bist auch nicht auf über den Link gegangen, oder? Ja, natürlich bin ich auf den Link gegangen. MTS? Das ist der alte gewesen. Der alte Link von einem alten Spiel. Nein. Natürlich. Ist es okay, wenn ich kurz, äh, das Geld in die Kasse gebe? Was für Geld in welche Kasse? Warte. Mach was du willst. Erstmal, wenn es aus der Tasche Geld zogen, so. Tausend Euro hoch ja da rein. Nichts machen, Apollo. Ein, nein, nichts. Einfach warten. Warum ich da ausraste? Das muss jetzt starten eigentlich. Das kann ich besser, warte mal. Apollo, der Krieg bleibt mal stehen. Ja, du startet aber eigentlich. Zack. Nimm mich mit. Ich bin zu faul zum Selbstlaufen. Öffnen, öffnen, öffnen! Oben öffnen, öffnen! Ja. Ja. Jetzt startet's auch. T-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A. Los, geh doch hoch. Der Wendler. Hör mal auf, warte, ich muss doch auf Kray drauf. Ich bin's doch nicht, ey. Hör doch mal auf, dich zu beim Weg. Hör doch mal auf, dich zu beim Weg. Hör doch mal auf, dich zu beim Weg. Warte, ich spring hier hoch. ZACK! Ja, moin, Alter, ich bin auf Apollo, ihr Rentner. Apollo, lasst uns rein in den Park. Ich bin ja schon so gespannt. Kann man den jetzt zusammenschlagen? Nein, hör doch mal an. Der hat mich aber blöd angeguckt. Hast du gesehen, wie der mich blöd angeguckt hat, der Idiot? Apollo, der Kinderspielplatz. Hey, das ist wie in Ägypten hier. Nein, nur in Hassel. Hier kann man rutschen. Nee, muss ich weg, sonst war ich an zu heulen. Wuii. Ich falle aus dem Maul da. Also ich würde mal sagen, ich bin eine echte Hafe geworden. Ich bin hier auf dem Dach. Hey, warum ist hier kein Barkeeper? Was soll das Scheiß? Apollo, wo läufst du denn schon wieder hin? Hör doch mal auf. Ja, ich will hier. Wir rutschen alle zusammen immer. Nee, ich will nichts rutschen. Ich will hier was saufen. Nein, hallo. Anders kann ich das nicht ertragen. Der Apollo, du trinkst kein Alkohol. Jetzt komm, Apollo. Jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen. Komm jetzt her. Wir gehen hier alle hoch. Folgt mir. Ich kriege immer wieder Lost unterwegs. Also ich gehe zu den Großen. Ich gehe zu den Großen. Nee, die sind ja... Oh, da, da. Hier, hier, hier. Die gelbe Röhre. Ich nehme die gelbe Röhre. Nein, hier. Ich rutsche die. Bin hingefallen. Ja, Apollo. Juii. Apollo, da läuft die Rutsche runter. Was machst du da, Apollo? Apollo, warum läufst du denn die Rutsche runter? Die gelbe ist ja mega geil. Apollo, warum läufst du die Rutsche runter? Ja, weil ich mich. Da hat sie nicht hingesetzt, der Arsch. Apollo, schau mal bei mir, ja? Guck mal kurz bei mir. Ja. Ne, du sollst von dir aus gesehen gucken. Schau auf die blaue. Schau, ich komme angepfeffert. Ich war schon. Ich war gut schon angepfeffert. Wir warten jetzt eben auf Craigie. Warum? Warum? Oh, Apollo, die ist geil. Komm her, komm her. Ja, du sitzt los. Du musst einfach die Rutsche. Schnell. Ne, ich will jetzt hier die gelbe Röhre versuchen. Ich will auch die gelbe versuchen. Huiiii. Huiiii. Da jeetet er. Ist geil, das Spiel, ne? Nein. Sei ehrlich. Das macht doch Spaß. Ja, Apollo, ich komme auf dem Gesicht angerutscht. Guck mal hier, die Black in White, Apollo. Die Black in White ist doch was für dich. Ja. Wo läufst du? Ah! Schon gewechselt, oder was? Nein. Craigie, komm auf die Black in White hoch. Ich gehe hier. Oh, ich gehe. Oh, hey, jetzt ist der Dreier. Kommt hier rauf. Ja, auf die Grüne. Ich muss, ich muss gerade. Ich laufe gerade durch die Black in White hoch. Hier ist doch ein Ring mit drei Plätzen. Das gibt es doch mega große. Ja, die gehen, machen wir alle. Ja, ich bin hier oben. Hier, hier. Hier oben sind auch noch drei Kuhle. Da können wir direkt... Jo, wo bist du? Ich komme, Apollo. Warte, noch nicht, noch nicht. Macht nichts. Einfach reinsetzen. Wie geht das? Einfach reinsetzen. Einfach reinsetzen. Und dann warten wir, bis der Dennis kommt. Ich starte dann. Ich muss erst mal mich hier aus den Gittern anfangen. Aus den Gittern jetzt bringen. Einfach reinsetzen. Du sitzt nicht. Jetzt. Jetzt. Jetzt, warte ich. Ja, Dennis, komm. Ja. Und Atakowitsch. Atakowitsch. Oh, ihr seid zu fett. Oh, oh. Ja, das geht aber richtig ab hier. Zu dritt fahren wir hier runter. Hey, das ist doch geil. Sei ehrlich. Das macht Bock. So, komm mit. Ich habe was richtig Geiles entdeckt. Komm mit, komm mit, komm mit. Hier den Berg hoch. Den haarigen Berg hoch. Hier oben sind drei nebeneinander. Da können wir direkt nebeneinander runterrutschen. Ich nehme die grüne. Ich nehme rot. Da war das hingefallen. Ach nee, los, los, los. Und los. Juii. Ab ins Meer. Ich sehe euch da. Es gibt nämlich auch Wasserrutschen, die... Da kommt er angepfeffert. Lass uns jetzt mal ne vernünftigere nehmen. So ne richtig fette. So ne richtig fette, dann kommt mal zu mir. So ne lange gibt's nicht. Doch, die gelbe da hinten. Siehst du die, Kriki? Da bin ich gerade. Oder ne, hier, Kriki, das ist eine, wo man lange essen kann. Komm mit. Die geht aber, denke ich, nur zu zweit oder alleine. So, bei welcher Seite denn jetzt? Da sind wir... Hier bei der grünen. Da musst du die Kuh haben. Ich hüpfe gerade auf einer gelben Weich. Ich laufe als Erste. Wuii. Da kannst du essen, Kriki. Das ist eine richtige Essrutsche. Los, Kriki, komm. Wir pfeffern hier lang. Ach, der Neko. Wir pfeffern hier lang, Kriki. Ja, ja, ja. Das ist doch geil. Apollo, komm auch. Und los, komm auch reingepfeffert. Los, du musst auch rein. Ja, Dennis, der liegt hier auf dem Rücken. Und springen. Apollo, warte noch nicht, noch nicht, noch nicht. Geh wieder da. Apollo, pfeffert. Los, schnell wieder auf die Grüne hoch. Wir pfeffern mit Apollo. Apollo, wir kommen auch angepfeffert, ja? Apollo, wir pfeffern hier lang. Apollo, siehst du uns? Ach, Apollo ist schon runtergefangen. Und ich auch. Wir nehmen jetzt mal eine riesige. Die riesige gelbe da, seht ihr die? Die kann man bestimmt mit zwang... Oh, nee, nee, nee. Wir müssen erst hier den Boomerang machen. Das ist genau eine Rutsche, die ich noch nie gerutscht bin, weil ich da richtig Schiff war. Boomerang, die gelbe hier. Mit der... Wir müssen da erstmal hoch. Wir warten oben auf Kriki. Hoffentlich kann man die mit zehn Leuten oder so fahren. Ja, man kann nicht mit 500 Leuten fahren. Aber noch nicht rein. Also doch, setzen können wir uns schon. Aber noch nicht los. Nichts machen. Komm, rein. Apollo, reinsetzen. Nicht... Oh, du musst da auf die andere Seite laufen. Ja, jetzt sitzt du. Kann losgehen. Aber ein Apollo sitzt nicht. Es geht los. Wir pfeffern. Ich stecke im Boden. Hey, wir ertrinken. Ich stecke im Boden fest. Das ist ja lebensgefährlich, hier der Rutschenfahrt. Apollo, schau mich an. Ah, jetzt. Ja. Das macht doch Spaß. Jetzt komm. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ah, ihr steckt unter der Rutsche. Hilfe. Ah, ich stecke auch unter der Rutsche. Ihr müsst... Und wir müssen uns zurücksetzen. Apollo wartet aber. Apollo, geh schon mal zur großen Gelben. Welche ist denn die große Gelbe? Wir kommen da alle hin jetzt. Wir mussten uns alle respawnen. Ich weiß sogar nicht, welche ist die große Gelbe. Die große... Die... 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 Die neben der, wo du gerade bist. Ja, 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 die. Da, wo auch die blaue alle knüpft. Wir machen beide einmal. Hier ist auch eine Zip-Line. Und die Frage ist, wo geht's da hoch? Ah, hier. Loll. Laufband. Ehrenhaft. Aber nichts mehr machen. Da pfeffer ich aber erstmal lang. Wo ist Apollo? Kommt Apollo auch noch? Ja, Apollo läuft... Ja, Apollo läuft die Treppen. Moin. Wir laufen Treppe. Ah, ich wurde weggepfeffert. Wir warten auf Kriggi. Noch nicht starten. Okay, starten. Nein. Alle da? Los. Und wir pfeffern hier schon mal ordentlich lang. Da pfeffern's. Wuuuuh. Oh, special effect. Oh, die ist ja cool, ja. War Spaß, ne? Und jetzt geht's ins Wasser. Oh Gott. Jetzt nochmal. Wer zuletzt aussteigt, hat verloren. Apollo, jetzt steig auf. Komm her, Apollo. Komm raus jetzt. Ich bleib da sitzen. Apollo, jetzt komm raus. Apollo, komm jetzt. Hier, das Laufband hoch. Was? Hier ist Laufband hoch. Da brauchst du nicht mal mehr was machen. Wer runterläuft, ist schlau. Hier soll kommen beide tausend Jahre runter. Apollo hat sich auf das Geländer gestellt. Wir gehen jetzt in die blaue. Schau mal, alle setzen, aber nicht starten. Apollo, ihr pfeffert da aber ordentlich lang. Hä, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt los? Entweder, hey, ihr respawned die ganze Zeit. Ich hab keine Ahnung, ich bin... Spring nochmal, geht doch mal da weg. Ich bin schnell zu Läufern. Und los. Da pfeffern wir die blaue Rutsche lang. Die ist geiler, glaube ich. Wir haben übrigens noch gar nicht hier Vollgeist gespielt. Machen wir nachher. Was? Drei. Ja, die ist nicht schlecht. Wir brauchen noch eine. Noch zwei, drei Rutschen und dann gehen wir vorgeisen. Ich muss erstmal... Die rote hier, ne? Die voll... Da fällt man und dann irgendwie... Ja, voll cool. Lass uns da her. Also bei Vollgeist kann ich zwar nicht mitmachen, aber ich guck's trotzdem zu. Ah, hier wird wieder gepfeffert. Das ist falsch. Hier ist der Ausgang. Hier, Apollo. Dann ist er verzögert manchmal. Hier, Apollo. Was? Hier. Komm mal, folg mir. Komm, hier. Ich wollte was essen. Nein, du isst hier nix. Ja, auf jeden Fall wirst du. Aber kann man sich hier ausziehen? Warte mal. Apollo! Apollo, ich bin nackt! Ich bin nackt! Ich hab mir das Bein gebrochen. Ich bin nackt! Hä? Wie hast du das schon gemacht? Unten, Freunde, alle nackt machen. Kommt alle nochmal runter. Hier könnt ihr euch umziehen. Ich zieh mir einen Badehandschern. Wo denn? Hier! Ach ja. Ich hab einen Badehandschern. Ich hab auch einen. Hey, nice. Wie steht der mir? Und Kriki ist noch angezogen. Ja, wir sind die Badeanzug-Gang. Ja, du hast noch eine Rettungsweste. Kriki ist das kleine Kind, das eine Rettungsweste braucht. Los, alle im Badeanzug voran. Ja, aber das fliegt nur an den Badeanzug. Der hebt die Arschbacken ein bisschen. Los, jetzt hier rein. Wer traut sich? Pfeffern! Ich pfeffern! Ich pfeffern! Ja, wir pfeffern! Ja, wow. Irgendwer hat mich geblockt von euch. Ich block jetzt Apollo. Wenn man eine Pasta ist und die Runde direkt zu Ende geht. Ja, das interessiert keinen. So, wir machen jetzt noch... Was sieht denn spaßig aus? Ja, gleich, sowieso. Äh, hier, komm. Wenn man noch da vorne die zwei grünen... Dann haben wir alle durch. Folgt mir doch mal hier. Wo bist du denn? Die grüne. Da, die hellgrünen haben wir noch nicht. Dann haben wir alle. Die große hellgrüne. Ich schwimm. Ich schwimm auch. Nimm Badeanzug hier. Ich bin halt das da. Ach, die grüne Röhre meinst du? Mhm. Junge, Dennis schwimmt da wie ein Frosch. Dann haben wir alle. Ja, und du bist ein Frosch. Ich lauf einfach die Rutsche hoch. Das ist ja lost. Oben wirst du abgeblockt. Apollo läuft auf der Rutsche wie ein Gangster. Da läuft der Gangster-Pollo. Also, ich Gangster-Pollo. Ja, wir können... Wir können... Ich rutsche ab. Boah, da ist ja wie hin. Apollo muss alleine. Apollo muss alleine. Wir fahren. Kriege, setz dich. Apollo fährt alleine. Gibt's... Gibt's eigentlich hier keinen Ninja Warrior Simulator? Natürlich gibt's das. Ja, Apollo ist schon in seiner richtigen Form. Und... Apollo läuft über die Rutsche. Apollo ist noch da oben. Ja, ich fahr irgendwie nicht los. Ja, Apollo rutsch. Mein Reifen fährt nicht los. Dann setzt dich... Los, springe dich. Dann mach einfach ohne Reifen. Zieh dich... Zieh dich dem Reifen runter, einfach so. Das macht bestimmt... Der will nicht. Schon tausendmal hier draufgedrückt. Das ist so ne Kacke hier. Hallihalö. Ich werde hier den Betreiber verklagen. Wegen entgangenen Rutschspaß. Apollo, dann komm in das Dreierding rein. Dann geh ich alleine. Ich steig mit auf. Und los, rutsch mal, du Bruder. Los, auf Gangster... Auf Gangster-Basis haben wir schon wieder verkackt. Schubst uns. Ah, los, hier. Einsteigen und los. Ja, er geht, Apollo. Wir pfeffern. Er steigt in der Rutsche fest. Wer ist denn ausgestiegen? Ich hab euch schon alle minus 15 Dezibel gemacht. Ihr seid so laut alle. So. Dann spielen wir jetzt Vollgeist. Ihr seid richtig laut. Dann würden die alle noch lauter. Ey, ich versuche jetzt die Rutsche noch hoch. Komm, versuch mal die Rutsche hoch. Und dann Vollgeist. Ja, ich auch. Hallo, die Rutsche hoch. Und ob ich schaff's, werdet ihr nie erfahren. Willst du erst mal Steam starten? Tak. Ich bin jetzt auch der Affe, Apollo ab. Ich bin die Tomate. Der Tomatensohn. Ich bin wie immer der Affe. Und morgens drehen wir ja um 8 Uhr, ne? Nein. Schade. Am Morgen früh treffen ich und ich gehe uns wieder früh. Obwohl ich Ferien habe. Ja, du konntest heute mal aufbleiben. Ja, aber ich schaff's eh nicht. Bis zwei dann wieder. Egal! Solltest du aber. Wieso? Dann kannst du montag lange schlafen. Kann ich nicht. Montag muss ich zum Arzt, Apollo. Montag muss ich zum Arzt. Montag muss ich zum Arzt. Wann? Um 9 Uhr. Die Mutti wollte da anrufen. Wieso? Ja, weil du brauchst eigentlich nicht zum Arzt. Du sollst direkt einen Termin machen. Na, stimmt. Hat's mal abgesprochen. Hört ihr die Mucker? Hört ihr sie? Ach man, fang du jetzt doch nicht auch an damit. Meine Güte, das weiß ich doch nicht. Ja, der kommt doch morgen auch sonst wieder, wenn er sich traut. Ich will heute schicken. Dass er mit dem schlechten Gewissen ins Bett geht. Bruh. Lass uns mal ein bisschen. Apollo, der Oliver, der ist was für dich, ne? Der sieht aus wie du, ne? Der Oliver. Das ist Apollo. Guck mal. Apollo mit dem, äh, Oli, ist was für den Affen. Ey, den Oliver, den würde ich mir ehrlich kaufen. Ich hab auch bald genug. Ich lad euch einen. Da, ich kann's die Einladung schon mal annehmen. Ja. Ne, ein ganzer Affen. Ich bin die ganze Tomate. Und Apollo ist... Ich muss ehrlich sagen, bei Oli, Oli war es echt saftig. Na, vorerst Ultimate Knockout startet. Wie findet ihr die neue Schießung? Scheiße. Was? Nö. Noch. Dumme Minispieler. Dumme neue Musik. Dummer Battle Pass. Aber den Oliver, den will ich an. Weil, Ritok, ich find, der sieht ein bisschen aus wie Apollo, so vom Bart her. Hier der Bart so unten und dann unten ein bisschen Bart. Gut, er ist ein bisschen behaarrter als Apollo im Ganzen. Aber trotzdem sieht er ein bisschen aus wie Apollo, finde ich. Und so oder so ist er einfach nicht. Dennis, kaufst deinen eigenen Vater. Ja. Er ist ganz schlimm, länger als ihn. Ah ja, sonst gehör ich gleich auf mit Volker. Nein, hör doch mal auf. Mein Gott, dann rennt die Neku weg. Der kommt auch irgendwann wieder. Nein, aber ich will heute. Der hat zu mir in die Hunde gehabt. Jetzt spielst du erst Fallgeist mit uns. Das ist warm. Nein, nicht so. Ah, du wartest jetzt, bis Fallgeist zu Ende ist. Ich hab dich eingeladen. Dann lass das morgen früh machen. Dann spiel ich lieber von der PS4 aus. Oh, gut, dann geh jetzt. Dann rufe ich gut aus. Machen wir Hauptprogramm oder ohne Team Games? Was? Und mit? So dumm. Na egal, dann die Mehrheit ist für mich. Hä, warum hab ich... Mann. Was? Warum fängt man nicht mit dem an, womit man aufgehört hat? Gott, ne. Nein, natürlich. Du hast doch das Pferd am Ende nochmal genommen. Nein. Doch. Habe ich nicht. Ich war immer der Affe. Ah, ich glaube, man kann den Affen nicht nehmen, wenn Andra den gleichen Skin hat. Na, krass. Aber Cranky hat den jetzt auf einmal... Ja, aber das hat nichts damit zu tun. Und auf einmal hast du den. Weil wir hatten ja auch schon auf das... Ja, das funktioniert auch nicht. Ja, aber vielleicht seit Season 2. Das ist ja dumm. Testen wir gleich. Nein, das ist Quatsch. Wieso ist das denn Quatsch? Da haben schon ganz viele den Oliver. Bin runtergejallert. Habt ihr gesehen, wie du runtergescheppert? Na, Polo wird auch umgescheppert. Aber du bist halt runtergejallert und bist schneller als ich. Keine weird. Das ist noch eine Tomate mit Dennis. Ich hasse Tomaten, ne? Ich will einfach nur die einzigste Tomate auf Erden sagen. Ja, die sind easy. Dennis ist einfach die leckigste Tomate auf der Erde. Und den kannst du dich auch nicht... Och, ich wollte mich heaten lassen. Hat aber nicht so geklappt. Ja, merkt man. Mann, ihr seid alle so fett. Bei mir war gar nichts, Frieda. Das war knapp. Ja, weil ich meinen Affen nicht habe. So eine Scheiße da. Das liegt doch nicht am Affen. Doch, weil ich das wusste, wer ich bin. Du hast auch nur den halben Affen. Ja, trotzdem. Ich habe gar keinen Affen hier. Habt ihr Ferien? Nein. Ich nicht, ich muss arbeiten. Ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Doch, du hast Ferien, natürlich. Hey, erst ab Montag. Jetzt habe ich erst Wochenende nur. Und ab Montag habe ich Ferien. Ja, geil, ne? Ich hatte auch am Freitag Ferien. Ich hatte auch am Freitag Ferien. Das Weg ist dran. Oh ja. Das kenne ich. Das ist neu. Das ist ein Zettfenster. Hast du eigentlich schon andere Gesichter? Was? Hast du schon andere Gesichter? Nein. Mein anderes Gesicht wird auch gut passen. Ja, du alter Sasch. Wer Gesicht hat, ist auch ein Gesicht. Jeet! I guess ich lasse mich jeeten. So, ich bin sofort wieder da, Freunde, wenn die hier noch rumjeeten. Die Jeeterei. Ich glaube es nicht. Ich habe mich ganz knapp durchgejeetet. Hat nicht geklappt, wie ich mich heeten wollte. Los, crawl dich vor der Kies. Ich gehe mit dir. Ich muss first try'n. Ich habe, glaube ich, einen Plan für die Mitte. Mittlerweile. Ich glaube, ich kann die Mitte. Mittlerweile. Ja, ich werde als erster finishen. Ja, was für ich kann die Mitte. Ich werde als erster finishen. Easy, Alter. Komplett verkackt, die Mitte. Wisst ihr, wie lange noch der Stream geht? Nein, das interessiert mich auch gerade nicht. Ich muss mich konzentrieren. So, Freunde, während der Dennis da rumjeetet, habe ich mal ein paar Lebkuchen organisiert, die man sich da wegjeeten kann. Ich bin tot, Apoll. Ich bin raus. Ja, ist doch nicht schlimm. Doch. Hier, super lecker. Schöne Lebkuchen, Freunde. Dennis, hey. Oh, scheiße. Lecker, Freunde. Das ist doch ein großes Paket von Lidl. Was? Junge, jetzt habe ich Hunger. Mit gemischten. Lebkuchen hier. Super lecker. Lebkuchen? Mhm. Ich finde auch auch der Pfloppen besser. Gönnen wir die Lebkuchen. Mit Kakao. Oh, abschwanzen. Und bis auf der Brust da drin. Eigentlich ja. Nee, auch in rosa mit Streusel. Sehr lecker. Nein, in rosa schmecken wir nicht. So. Mit bis zu. Nach Erdberg. Ich habe keinen. Aber der Oliver neben mir hat einen. Auf den werde ich nicht. Mit Erdberg-Befüllung? Mhm. Du hast die 1062. Das kannst du dir nicht ausmalen. Okay, dann bin ich erst nicht mehr weg. Ciao, ciao, ciao. Aber ich habe noch nie jemanden im Spiel mit 9000 gesehen, ne? Fällt dir das mal auf? Schau mal auf die Zahl. Hm. Nie 9000. Hier 8000. Ich habe noch keinen 9000, also da. Ja, der war ja. 9800 30. Der erste, den ich je gesehen habe. Ich spiele das nicht. Ja, der Nuss-Karjone. Das hielt sich hier durch die Idioten. Hm. Telefon. Der Eier-Befreier. Der Eier-Befreier. Kräge, du hast meinen Spruch geklaut. Eier-Befreier bin ich. Du musst dir zeitlich, du musst dir zeitlich mal einen anderen suchen, ja? Eier-Befreier wird für immer meiner sein. Ich werde immer, natürlich. Es ist Eier-Befreier, steht doch da. Ich habe den gekrabbelt, aber ich habe sie angekrabbelt. Na? Mal her, du dummes Eichhorn. Zack, zack, schnapp ich mir. Du alte Schnabberlade. Zehn Sekunden. Die sind lächer, ne? Da wurde er gerailt. Ja, Alter, ihr habt doch keinen Bock mehr auf Fallgeist, ne? Das ist ja jetzt nicht am Spiel, da hast du ja jetzt versagt. Da hast du jetzt von dir aus verkackt. Du eine Scheiße. Na ja, das ist Vollgeist. Ich werde mir gleich den Blumentopf kaufen, Apollo. Wie findest du den? Der ist ja witzig, ja. Oder soll ich mir lieber das Pferdeunterteil holen? Ne, der Blumentopf. Ich finde den Blumentopf witziger. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Hi, Lukie, Panne, hi, Luca. Darf ich mal hier einen abbeißen, aber dann musst du aufessen. Ja. Ich finde die voll lecker. Die schmecken eigentlich genauso wie die anderen, nur ein bisschen. Die Mepp von Fallgeist Dope. Schmecken wir nicht. Schmecken wir nicht? Ja. Die schmecken auch genauso wie die anderen. Ja. Ach klar. Ja, ich weiß aber trotzdem. Die zwei Affen fallen mit mir. Nur der eine, der hat das ganze Affen-Set und der andere hat den Köter. Der hat eine Wolfsbuschlein. Ja. Das ist eigentlich immer noch ein Hass gegen Wolfe. Gegen Köter, ja. Äh, der hat da einen Wolfschweif. Ja, das ist ja okay. Oh, der JITUS! Ich weiß nicht mal, was ich immer nehmen werde. Medium JITUS. Ja, dann kicken wir dich. Dann opfer ich auch gern oft mein Leben dafür, dass du rauslegst. Köter, ja, ja, weil ich zähle schon wieder zwei, drei Köter hier. Der Lob. Und die wippen mal als erstes. Köter sind meistens strohdumm. Boah, die kriegen schon wieder nicht gekackt, die Pisser. Köter sind nämlich meistens auch strohdumm. Boah, lecker. Da ist der JITUS, Apoel, Kriegi. Wirst du dich jeaten? Auf jeden Fall. Ich sag dir, selbst wenn ich die Runde rausfingen würde, wenn ich mich... Ja, was machen die Spacken denn da? Wenn ich mich 700 mal jeaten lasse, macht mir das mehr Spaß als einfach die anderen. Games zu zocken. Wie kann man so ein Vollhunk sein? Das macht mir so Bock, sich zu jeaten. Da, weggejeated. Soll ich ja Piss werden. Schau, ich lasse mich jeaten, Triggi. Jeet! Daneben. Triggi, was waren das für Geräusche gerade eben? Jeet! Na okay, nur auf die Lilane, aber okay. Die Gelben sind schon wieder dumm. Ferdinand! Da ist Zombie. Zack! Mann! Ja, Druster! Schnell! Ach, Mann! Ich wollte mich... Ich wollte mich... Ferdinand! Der Oli war jetzt neben mir! Zack, da wurde ich als Siebter gequalled! Apollo, wo wolltest du dich? Wo ist 1964? Da ist er! Der Affe! Meine Fresse! Was machen die Pissbären denn da? Ich muss nur... Ich muss nur... Ich muss nur... Der Jeetus war doch da! Apollo, jetzt lass dich jeaten! Das habe ich gerade schon versucht, das ging nicht! Springen, du musst auch springen, wenn du vorm Jeetus chillst! Du bist zu spät, du musst irgendwo abspringen, wenn du unter dem Jeetus... Du springst auch viel zu früh! Wenn du unterm Jeetu bist! Los! Jetzt kannst du eh nicht mehr gewinnen, ohne den Jeetus! Da sind noch 30 Leute... Ja, solche beschissenen Flachwichser hier, echt! Hör doch mal auf, wir sind im Stream! Hör doch einfach mal auf, mit der Scheiße jeden beleidigen zu müssen! Nicht jeden, nur die anderen, die da alles nicht geschissen kriegen! Lass die doch einfach mal in Ruhe! Du kannst Idiot oder so sagen! Doch! Du bist verdammte Idioten! Die gehören beleidigt! Gute Nacht, Feierpflanze! Kein Wunder, dass wir so wenig Zuschauer haben! Seid die Eltern bestimmt! Ja, schalt die ab! Die sind doch dumm! Wir haben mehr als gerade bei Wasserpark! Was laberst du? Gerade bei Wasserpark haben wir 20! Ich habe jetzt das Wort extra gesagt, weil sonst was fett ist, kaum... Iden ist das ABC-Von, voller Geist! Och nee! So ein Scheiß-Game! Hört ihr das, wenn ich mich dumm mache? Nein! Zum Beispiel, User in Channel Muted! Hört man das? Da sagt doch die Eltern, dass es ihnen Schwein fallen! Achter! Hört man das? Ui! Ui! Also ich gehe dann mal offline! Ciao, ciao, ciao! Ich wurde geheated fast! Hier lassen die sich wieder rumheaten! Oh mein Gott! Irgendwie gesaved, gegottsaved, würde ich sagen! Ich mache es lieber safe! Da werde ich halt nicht immer Erster! So! Kann ich jetzt sehen, wenn ich als Erster, aber safe! Safe als irgendwie Fünfter! Bist du drin oder was? Ach nee, ist ja geil, ist das erste Game! Ja, ist ja nicht das erste Game! Bist du drin, Kriegi? Ja, jetzt! Apollo, schaust du gerade zu? Ja, klar, schau ich zu! Ich verstehe nicht, wer, wer, wer die Kumpels, äh, ähm, sein soll! Wer sind die Kumpels? Unter uns, der Teller! Ach so, die Kumpels zocken! Den können wir auch mal löschen! Die waren seit Jahren nicht mehr auf dem Teller! Na ja, stimmt, ich glaube, die gibt es ja auch gar nicht mehr! Oh nein, nein! Hä, wer sind die denn? Die haben auch YouTube gemacht, die Kumpels zocken! Äh, wie lange ist das so ungefähr her? Drei Minuten? Nein, ja, bestimmt! Ein! Vor einem Jahr! Och nee, die Reifen! Das von gestern, wo ich mich so spät qualifiziert habe als letzter! Ja, also schon! Logi, FN! Minecraft? So? Ja, da ist ja die Tomate! Pass auf, dass die aus dir keinen Ketchup machen, doch! Aber die Musik mag ich hier, mehr nicht! Der Rest ist hier ja scheiße! Und die Tomate ist so fett, ne? Habst du zwei, Dennis? Ich hab noch keinen! Dennis hat auch noch keinen! Was heißt denn? Da ist ein Goldener da hinten! Mein Freund möchte wissen, ob ihr TikTok habt! Nein, zum Glück nicht! Nein! Habt ihr? TikTok haben wir nicht! Das ist doch cringe! Wer will das denn? Na, wer das freiwillig benutzt, da weiß ich auch nicht mehr, weil ich dazu sagen soll! Ja doch, gibt's ja welche, die tanzen und so! Ja, zum Beispiel dumm... Ja, wer da tanzt, der ist sowieso! Weiß ich nicht! Ja, nur weil du nicht tanzt? Apollo, sowas macht man einfach nicht! Na klar! Nein! Man, alles ist ja laut, was Spaß macht, natürlich! Es macht aber keinen Spaß! Ja, dir nicht! Weil dir Bewegung generell keinen Spaß macht, Dennis! Jeeeeet! Hä? Ein, ein Dings gibt sechs direkt, ein Goldener! Krieg ich, ein Goldener gibt sechs! Ich bin direkt qualifiziert! Nee, du hattest ja schon, ein fünf gibt der! Dann gibt der halt fünf, mein Gott! Aber kann auch sein, dass der sechs gibt direkt, dass der dich direkt in... Naja, aber der war, der war gut, der Sprung! Das war... Ja, da ist man direkt qualifiziert, wenn man den hat! Fünf gibt ein Goldener, ja? Sechs! Nein, fünf, du hattest... Weißt du doch gar nicht! Vielleicht gibt der auch sechs und das wird... Er hat sowieso nicht gerechnet! Wieso sollst du das denn... Vielleicht gibt es auch sechs, das weißt du doch nicht! Ja, aber erstmal... Ja! Erstmal sollte man mit rechnen, dass es nur fünf gibt! Eben nicht! Weil das keinen Sinn ergibt! Wieso soll der einen Fünf geben? Dann brauchst du ja eh nur noch einen, dann können sie dir den einen auch schenken! Hier ist den letzten noch hier auch! Hast du, ja? Ja, na, ja! Habt ihr den Radio Channel repariert? Was haben wir repariert? Der Radio Channel! War der kaputt? Also einer von denen war, glaube ich, defekt! Achso, ein Musikpot war... Weiß ich gar nicht, die hatte Lukas auch gemacht! Da ist einer mit vier, Ninja! Ich würde es ja mal gucken, aber ich habe ja nicht die Garantie, dass ich wieder gemucht werde! Ich habe einen Pfuffi nur bekommen! Ich habe mich als Sechster oder so qualifiziert! Ist doch scheiße! Da! Da! Kriege ich? Bist du drin? Nice! Jetzt Finale hoffentlich! Also was ich mir für die dritte Season wünschen würde... ...ich dass man halt sich einen Namen geben kann und nicht einfach die Nummer ist! Das ging früher! Aber dann haben sich Leute schlimm genannt und dann haben die das entfernt. Wer das Spiel in der Beta hatte, konnte sich einen Namen aussuchen. In der Beta gab es Namen. Echt? Aber die wurden dann wieder entfernt, ja. Na, ich bin raus! Ich bin raus wegen der... Nur wegen der dummen Eule, weil die dumme Eule mich immer umwirft. Die kann doch nur dumm sein. Die sind doch alle gleich zufrieden. Na, ich bin raus. Schön. Das ist wohl ein dummes Game. Das ist wohl ein dummes Game. Na, Paul, ich habe keine Chance. Doch! Oh mein Gott! Was ist ein MLG? Das war in allerletzter Minisekunde. Schau, der sitzt schon auf dem Ziel und der andere hängt mir auch ab. Ja, in allerletzter Millisekunde. Und die scheiße Eule ist raus. Schau, wie ich die Eule outplayed hab. Ich bin immer so vor die gegangen, dass ich die leicht nach vorne geboostet wäre. Ja, und die ist raus, die Eule. Ja, und weil sie am Ende gejeetet ist. Hast du gesehen? Ja, nice. Ich hab grad gelernt, wie man weiß. Das gibt doch ein schönes Wabenfinale. Nein. Ja, Bergspitze. Das kann ich besser. Schafft, kriegen sie den zweiten Sieg und ich meinen dritten? Den Rämpfen. Ich weiß nicht, ob ich vorne bin. Ich glaub, ich bin hinten. JITUS! Ich glaub, ich riskiere. Wenn ich weiter... Ja, ich bin hinten. Ich glaub, ich riskiere den JITUS. Ich weiß. Aber wenn... Aber ich bin schon umgefallen. Ich werd JITEN. Ich werd Safecall JITEN. Es ist die Chance da, dass ich gewinne. Weil ich hab jetzt eh schon keine Chance. Ihr seid alle vor mir. Ich bin weitaus vorletzter. Der ist vollkommen richtig im Rennen, der Affe. Ich... Null. Der Affe ist vor mir! Ich werd mich einfach JITEN lassen. Der Affe! Mach dir einen Festsprung, wenn ihr... Ja, nein, nicht mehr. Orange. Die orangene Matte. Nein! Daneben. Schaden. Die orangene Matte wieder. Nein, das war nicht mal die orangene Matte. Aber da hast du dich aber nochmal hingelegt. Das war ein Ball... Nein! Das war ein Ball aus... aus einem Kamerawinkel. Der... der kam aus einem Kamerawinkel. Weil du nicht ganz rechts gelaufen bist. Du musst ganz rechts immer laufen. Da kann kein Ball... Tschüss! Ich bin... weich! Kann nicht sein. Natürlich! Der kam aus einem Kamerawinkel. Den kann man nicht mehr sehen. Das ist es doch! Wenn du ganz rechts am Rand läufst! Dann kann sich keiner erwischen! Das her kam noch kein Team-Game. Ja! Der Kreebel-Kreiser! Oh, der Kreebel-Kreiser! Da musst du dich jetzt quallen! Ja! Die Kreebelei! Apollo, willst du mal angekriebelt werden? Ja! Das ist mir sowas von aufgekribelt. Das ist... Ob du das machst oder ob du in China einen Sack Reis umkribelst. Das ist... Angekribelt! Jeet! Ich jeete mich? Jeet! Jeet! Hä? Ich wurde nicht gejeetet! So wie man sich jeeten muss! Ich bin umgefallen. Jetzt komme ich da doch nicht mehr hoch! Doch! Jeet! Schnell rüber jeeten! Ach man! Der scheiß Propeller jeetet mich schon wieder hier! Aber ich habe mich drüber gejeetet! Nice! Mann! Ich will immer jeeten! Ich gehe rechts! Der geht durch die Mitte und hat verschissen! Ich gehe rechts! Aber natürlich nicht safe! Wer safe geht, der ist doch dumm! Er hat sich festgehalten! Der ist doch dumm! Der soll sich mal schön löschen gehen! Ich gehe jetzt mitten! Wow! Bin ich weggekribelt worden! Ich wurde auch weggekribelt! Weiter bringt dir aber nichts! Nur Erster bringt was! Deshalb brauchst du es nicht durch die ganze Wuppe zu schreiben! Wow! Ich werde hier hin und her gekribelt! Das ist unglaublich! Warum schaust du immer Apollo zu? Weil Apollo immer so lustige Sachen sucht! Das hört sich richtig nach dem Abenteuer an bei E-Mail machen! Apollo ist vor mir! Mann! Apollo ist nicht gejetet! Warum nicht? Ganz knapp noch reingejetet! Jeet! Ja Apollo hat sich gejetet! Und ist drin! Apollo magst nicht mein Keim steigen! 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 Souverän nennt man das! Na das würde ich nicht sagen! Du warst letzter! Ja und? Aber es hatte noch Luft nach oben! Ja mein Gott! Aber das ist doch nicht souverän! Souverän wäre als Erster ohne locker flockige Fehler ins Ziel! Ne das ist langweilig! Nein! Na klar! Langweilig ist, wenn man nicht mal sich kohlt! Die wippen wir! Aber mit 31 Leuten oder was wir sind geht das ja! Ach die wippen! Na! Mal schauen! Die wippen! Brrrrrrrr! Brrrrrrrrrrrr! Brrrrrrrr! Brrrrrrrrrr! Neun zwanz... Das wird ein Dreißiger! Jawohl! Ein Dreißiger! Habe ich doch gesagt! Apollo der Ein Dreißiger! Das ist sauwippig! Das wird struppig! Ich bin letzte Reihe! Dem Gabel ist zwischendurch gefallen! Ja ich bin hinten! Ich bin letzter! Ich bin letzter! Ja Polo fällt auch unter! Nein nein alles gut! Ich bin schon... Ich bin noch... Ich bin noch dabei! Meine Fresse Säuse! Unintelligenten Scharmützel! Wir geben einen Pisser! Na! Wir yeeten alle! Ich werde mich eh nicht freuen! Wir sind alle runtergeheatet! Ich kriege ihn! Wenn du dich kurzen, kurze ich erst reden! Ich bin ganz weit hinter dir! Mann! Welche dummen Idioten wippen denn da so rum? Ich muss das leider sagen! Das ist ganz divers! Da krieg ich einen Nerven zusammenbruch! Mann! Wann với! Mann! 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 ich kriege auch nicht ich bin auch ausgekriebelt da mich jetzt nicht ganz so mit den grünen buchstaben auf dem schwarzen körper nein ich hab nur ein den tablet deinen dinge da ein haupt rohli rohli fern weil ich so schon ja weil der grünen aber da hätte ich eh verkriebelt gibt es hier köter ich zähle null köter es gibt keine köter ja aber bei dem spiel wäre ausgekriebelt gewesen für mich da ist nein denn es hat ja ob es auf sein war doch auch mit mir hat denn es gesagt nur freund aber man merkt das alter ich hab das ne ich hab das nicht verstanden weil du immer so ins mikro gestöhnt hat weil du so leidend ich bin schon wieder raus er möchte da nicht drüber sprechen ich bin die tomatenpflanze die tomatenpflanze gleich den oberteil von oliver mir fehlt das noch 1250 schau ich bin die tomatenpflanze die pflanze in tomatenunterhose und die zwei affen fallen mit mir der wolfs auf weihnachten wer ist channel admin jeder der admin ist niemand weil wir spieler gerade apollo was machst du da macht die musik wie ich mich nicht die musik ist scheiße auf das hältst du bei der alten man können bei der die musik aber die noch die ist scheiße apollo hat so mit dem kopf geschüttelt ich habe so die musik mit gewinnt ja aber das macht man so wie so einer der reis ganz in der welt ist weißt du du kennst das aus den geisteskranken die völlig in einer anderen welt leben so habe ich den kopf geschütteln ja weil ich bin zu dunkel ich war zu lange unter der sonnenbank so los geht es ist auch gar nicht das schluss nicht nein ich vertraue dem affen man ich werde weggedrängelt das gibt's doch nicht beide ganz außen so an lucky das kann ja nur links sein mitte wird seid ihr dumm könnt ihr habt ihr keine augen im kopf oder was alle jeden auf mich runter ja ich bin vorne mit dabei 21 30 war sind vor wie ich ein 80er 50 prozent vor wie heißt das ja das sagt sagt mal vor wie ich möchte mich konzentrieren aufs nächste gehen einfach mal vor wie sein du hast ein sowie und zwar die ja wohl ja das ist mein game freunde ja schlank rags lauter warte wusste ich gar nicht dass du den auf einmal so mag ich mag jedes spiel weil mir kommt es gar nicht aufs gewinnen an natürlich mir kommt einzig und allein auf den super geilen spiele spaß drauf an dass du level 3 wirst und die ganze flucherei ich bin ja der eier befreier und krieg ich kann mich entspannt zurücklehnt bin der wahre eier befreier und kriege muss ich auch bald was anderes aus der erste team game nice wenn er was da jetzt direkt um die eier befreien auch wir sind die roten scrimblers ich habe ein goldenes das gold ist drin eingeloggt ich gehe direkt zu den gelben gelben wir müssen auf die gelben lieben da ist ein golden ja ich bin dran an dem arsch ziert ihm aus der hause jawohl es wird weg jetzt krimbel ich halte ihn fest den pisser es ist bei ihm reingehen wir müssen auf die gelben auf die gelben scheißen niemand ist am defen ich scheiß auf die gelben ja die gelben haben ein goldenes geschniekt aber wir sind so weit vorne trotzdem noch was ist denn hier los der blöde pissblaue den hausgleich was so in seine scheiß blaue kack fratze echt wir müssen auf die gelben die haben uns ein goldenes gesteilt auf die blauen tretet auf die blauen da der gelben hat das goldene da ist das goldene ich habe oh mann die scrimbelei hier jawohl ich habe das goldene nein die eier werden hier ja ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's wir sehen gehietet als erster platz die goldenen eierscrimbelein mann 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 ihr müsst wissen der kriege ist starker raucher wobei ich hab heute aber auch gesehen dass in der schweiz in der schweiz liegt die quote bei 80 80 leuten pro 100.000 einwohner das ist höher als in deutschland könnte also auch corona sein was denn so und los geht's oh ich bin direkt jawohl 79 79 und 80 davon haben corona ich bin vorne mit dabei weil er zu den 81 menschen will nein es hat mich umgeheitet ich werde wieder gescremdelt hier oder was auch freunde ich bin zweiter ist das ist gar nicht kriege der hero abholt und bis nichts weiter ich bin zweiter du lostie ne ich doch oh das wird ein knappes rennen jawoll bin sechster zweiter bin sechster das wird ein zwanny wenn das kein zwanny ist verkaufe ich mein fortnet account das war ja is das war ja mega is ich hab ein fofi verkaufen mein fortnet account für 50 millionen euro das war ja mega is freunde ja weil du auch gescremdelt hast du scrambler ich scrembel dir gleich einer gleich spielen wir gta ne was geht ja ne ach manu hier ist auch gleich die akkurolle du kannst ja dein tablet nehmen dein äh ding dein antritt ne warum liegt das eigentlich auf dem ordner alles außer blau alles außer blau blau ist der tod dann wären da zwei afre gewesen was da sind dünnerspieße ey wir müssen quick durch pushen quick er sind tot das hat er noch nie gespielt natürlich du musst dann den Ball runterschieben und gleichzeitig schauen dass die gegner den ball nicht unten ins Tor schieben schieb den Lachs Apollo schieb den Lachs Apollo ja ich schieb schieb ich schieb ich schieb Schieb, 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 schieb. Los, schieben. Schieb um. Rechts rum, rechts. Nein, links, links, links lang. Links lang, links lang, der Musta' faischen minder. Hallo, hallo! Apollo! Ja, wir sind durch. Ja, Blau kommt uns gleich prüfen. Wer wird denn da angerufen? Feuer. wir haben sie so von den Dönerspießen gegrieft ja aber was macht ein Blau? ich werd die gar nicht angerufen verdammt der Idiot, Mann macht den Durk, ja der ist Durk, der ist Durk wenn der nicht Durk ist, kack ich hab er mir ins Gesicht und du nimm's auf und schick's in die Gruppe ich will das dann sehen jawoll scheiß Blau, aber wie Dennis sagt Blau ist immer raus hier ja weil man Blau in der Mitte da werden beide Teams gehen dann auf dich grieven so Finale würde ich sagen das erste Mal, ne das ist nicht das erste Mal aber eins der ersten Male im Finale dann mein zweites Finale oder so zweite oder dritte, aber jetzt in der neuen Season mein erster Finale, in der Tat vielleicht auch dein erster Win wie kann man was? Sprungprobe da gewinnt Kriegi das ist mein Game, ich schwör das ist wirklich Kriegis Game, da gewinnt Kriegi also da wird er seinen ersten Win im Stream und seinen zweiten insgesamt wenn ich Glück hab mit den Flächen wenn's ne zweier Fläche ist dann hab ich Glück sonst nicht hä, das ist doch direkt am Anfang viel schneller als sonst, oder nicht? ja ja, hab mir auch gemerkt, ja ja das ist doch sonst nicht direkt so schnell ach man, die haut ab da die Fläche hä, die wackelt doch, also Apollo, wie hast du das denn geschafft? die wackelten, da passiert nichts ja, das wüsste ich doch nicht ja, wenn die wackelt, dann geht man da doch eigentlich weg ja, wir haben's verstanden ich muss mich konzentrieren Kriegi, ja warte, bitte ja, irre ja, ich auch nicht so, jetzt Ruhe ja, das ist ärgerlich, das stimmt bitte einfach leise jetzt ich möchte mich konzentrieren ihr wollt euch doch dann auch konzentrieren warum leck ich denn auch da? ne zweier, ach nee zweier ist dumm weil ich kann das Spiel nicht ne, hier wird aber auch so wieder gedrängelt nur ich krieg da halt auch nichts gebackenes voll geil sind platin da muss ich aber ehrlich sagen ich krieg wirklich nix gebacken also, weil, vier neue Minigames in zwei Monaten so locker geworden ich starte Fortnite ich spiele so dumm könnt ihr da mal ein paar aussortieren das ist so ein dummes Spiel bitte krieg ich leise jetzt nein doch ich krieg mich auf, wann ich will ja, das möchte ich aber nicht jetzt, dass du dich aufregst du möchtest dich doch auch dann im Finale konzentrieren nein dann labere ich nächste Mal auch die ganze Zeit scheiße das wird wieder eklig und kann ja nicht mal einer rausfliegen von denen was sind die so gut? man das ist so schnell nein, dürft ihr nicht nicht verstanden einer ist rausgeheatet worden einfach heaten lassen euch lasst euch einfach heaten meine Freunde ach nee, ihr seid nicht meine Freunde ihr seid meine Feinde ich hasse euch ja, da wurde wieder eine rausgeheatet aber die leben auch alle so lange, ne? verzieht dich doch mal! die halten mich hier fest oder so die blockieren mich nur da die dumme Pflanze die dumme Blume hast du das gesehen? allein die Blume ist schuld die blockiert mich die ganze Zeit die wirft mich die ganze Zeit um hoffe, wenn die Blume gewinnt, dann installiere ich Vollgeist ich schau das jetzt zum Ende ich schau auf der Blume zu, dass sie stirbt los, sterb du dumme Blume los, Boxer und Einhorn ihr schafft das ich glaub an euch die Blume ist eh dumm das siehst du schon an ihrem Skin wer die Blume nutzt, der ist dumm nur die Blume in Unterhose ist geil da wurde einer auf was rausgepfeffert boah, ich bin direkt seit Level 2 und hab ne Krone gekriegt ja, schön dann kannst du ja endlich mal wieder was leisten warte, ich muss erstmal wieder hier gucken, was im Shop ist ne, weil ich hatte grad bei damit das keinen Stress gibt hatte ich Zockpower einmal aufgehoben oh, die Blume, bitte sterb einfach ja ich gönne es der Blume vom ganzen Herzen, dass sie stirbt wirklich, vom ganzen Herzen gönne ich es der Blume nicht immer noch nicht enden, ne man wie lange brauchen wir das das ist auch ne Scheiß Finale manche schaffen das bis zu 10 Minuten ne natürlich, weil das geht ja auch nicht mehr schneller das bleibt jetzt einfach so achso und wenn man das immer weiter so macht das kann nur ne Stunde hier so gehen aber ich werd zuschauen bis die Blume gewonnen hat dann muss ich Vollgas deinstallieren oder bis sie tot ist ich hab auf jeden Fall ich hab jetzt einen Hass auf Blumen nein, hab ich nicht, nur die Blume Vollgas 3, 2, 4, 1 3, 2, 4, 1 das merk ich mir ha, ich hab mir auch was geleistet für die Krone das ist doch scheiße, wer will denn so einen Kack haben was ist denn sonst noch im Shop das ist jetzt, da bin ich wenigstens nicht mehr der Neuling ne doch bist du, du hast nur einen anderen Hintergrund ja, aber bald bin ich dann das Skelett, genau nein, du hast nur einen anderen Hintergrund nur das Skelett ja, aber der sieht gut aus ja, die Blume hat verloren was? was? weiß ich auch nicht was weiß ich auch nicht schau dir die Skrämbeleien hier an ich hab einmal von jeder Farbe was schau mal Papa ausgeschieden schau Papa ja ausgeschieden äh normal bronze silber und gold ja seventh nan 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 että ihan er ja so ja 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 wieso Noch zwei, drei Röntgen. Ne, Kriegi hört doch auf. Hä? Nein. Echt nicht? Hat er doch geschafft. Wieso sollt er aufhören? Weil er keinen Bock mehr hat auf die Scheiße. Ich zitiere so eine Pisse und äh... Ja, aber das ist doch ehrlich so. Ich freue mich, dass mein Lieblingsfinal-Game da ist. Und genau da negge ich. Krieg null Rewards, nichts. Ja, das ist so. Da ist der Ärger durchaus nachvollziehbar. Nein, ist er nicht. Doch, natürlich. Er ist vollziehend nachbar. Ich war einfach als der Follung dreimal hintereinander. Les Colleges. Und deine scheiß Kopfhörer auf den nicht scheppern wollen. Sich aber eines der besseren belehrt hat. Hab ich? Ja. Hä, du bist so aufgestanden. Schau, warte, ich mach genau das. Du bist so aufgestanden, hast die Kopf abgenommen. Hast so ausgeholt zum Schlagen. Und dann hast du sie aber doch in die Ecke in die Kartons gepfeffert. Weil du die noch brauchst. Stell dir das an. Nein, es sind schon 60 Spiele. Ich muss noch schnell mal den Stuhl wieder richten. Oh, der Ritterparcours. Die ist Ritterskrempelei oder was? Die man da kurz weggebt. Nee, Dennis, ich bin jetzt hier am Spielen. Den Ritterparcours. Die Ritterskrempelei. Hey, Dennis. Da ist doch alles gut. Das muss jetzt schnell gehen. Nee, muss nicht. Unter uns freuen solche. In der Liebe und in der Skrämpelei ist alles erlaubt. Nee. Natürlich. Dennis, ich wohne noch ein bisschen länger. Nee. Ja, wenn du so weitermachst, nicht. In der Tat. Natürlich. Die stört das nicht. Die werden dafür Verständnis haben. Nee, die Nachbarn. Wenn ich hier gerade am Yeeten bin und die an der Skrämpelei sterbe. Du wolltest den Affen haben. Och man, wie blöd bin ich denn, ey. So ein Affe, 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 Affe. Yeet. Also ein Affe muss man erstmal sein. Das muss... Hab ich gar nicht steckt vor, wer ein Affe ist. Der muss ja so scheiße aussehen. Was ist die Fish Gang? Oh, schon. Mann. Na, hallo. Scheiß Piss. Hier. Apollo erster. Ganz weit vorne erster. First place. Boah, das ist wichtig. Dennis, sei doch mal ruhig jetzt hier. Warum? Ich auch. Du musst 19, 20, 1964. Da ist er. Der Neuling. Los, du musst springen einmal da. Du hättest da... Ja, da ist es zu spät. Du musst oben springen, dann yeetest du richtig. Jetzt, gremmel dich rüber. Och man. So früh gescandelt. Mann, was ist da? Warum roll ich da immer in ein verschissener Scheißloch? Ich pisse gleich hier in den Monitor, heisst. Was ist da noch so witzig? Dennis Polter nicht so. Dennis Polter doch gar nicht. Vor allem, wenn ich auf den Tisch schlag, hören die das unten nicht mal. Ich pisse gleich gegen den Boden. Ich muss nur atmen. Ich muss nur atmen. ROLY 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 FELL Was? Ne Dennis? Doch schlag ich dich mit dem Diamantschwert bis zu... Mit MEINEM Diamantschwert Ja, das ändere ich halt, wenn du auf Leim bist Wenn du auf bist, nicht auf Leim Mein Gott, du kannst aber auch gar nichts, ne? Hier bin ich grad runtergeheatet Das ROLY FELLD ist auch nicht so meins, das mag ich nicht so Ich jeet hier runter, ja, jeet! Lebst du noch? Jeet, ich jeete mich! Wer ist alles Devoloper? Dennis, fuck mich nicht ab, ohne Witz! Dennis, ohne Witz, wenn du... Wenn ich gleich ausscheide, ist es ganz alleine deine Schuld Deshalb macht Fallgeist mit Kriegi so einen Spaß Ich spiel auch nur mitkriege, damit ich schönen Ausraster aufheben kann Damit wir die aufs Band haben, ne? Ja, und damit ich die auf meinen Songport packen kann Und dann noch... Ja, ich lege den mit dem Ausraster Zum Beispiel sowas Ist Apollo auch schon mal passiert, und mir auch Da lag Apollo schon im Schleim vergrannt Der blaue Box schon mit den, mit den Kribbeln drauf Den grief ich Mit den Kribbeln, ich seh ihn Den goldenen, ne? Den griebel ich, ja Auf den geh ich jetzt komplett rum Bis diese, bis dieser alte Mongo tot ist Ja, das ist zu langen Cracks lang Und wenn er vor dir oben ist? Dann geht da rein, aus Angst Ach echt? Dann kannst du ihn ja nicht gerufen, weißt du? Eigentlich will ich hier einfach nur save for a crawl gehen Na, ist das gerade, du willst ihn im Boxer töten? Ja, den kann ich ja noch oben machen, oder noch im späteren Gebst Ich bin direkt hinter dir Ich bin erster Jetzt springen, springen, hoppa, ist der Fall, ja Hoppen, nicht springen, hoppa Erster Hoppa, hoppa, hoppa Hoppa, hoppa, hoppa Oh, da ist Dennis erster Hoppa, hoppa In der Scrimbelei erster Hoppa Oh, Dennis rasiert Oh, Dennis rasiert Oh, Dennis rasiert Oh, nee, jetzt lässt er sich direkt wegjieten Kann auch gleich alle Hallo, Dennis ist ne losche Glaubst du, ich lass mich extra jieten, Apollo? Oh, souverän souverän Da bin ich nicht so der Risikopatient Mach ja auch kein Risiko Ich will einfach nur Jitig Erster werden Apollo, ich fass das ja nicht Dreimal Gold Dreimal Gold Gold im ersten Spiel, erster Platz Ey, wenn ich jetzt Disconnecte, Stream ist direkt beendet Wir verabschieden uns nicht, ne? Ich werde direkt den Stream beenden, wenn ich jetzt Disconnecte Ich hab einmal Gold Rolli Rolli Gold Und jetzt Slime Kratzler Gold Dennis Hey, das hören die nicht mal Doch, natürlich hört man das denn nicht Nein! Wieso sollte man das hören? Weil das Krach macht So doch nicht, das hörst du doch nicht mal bis im Wohnzimmer Doch, natürlich Dennis Nein Unser Kontrollmonitor ist gleich aus So ein dreckiges RNG-Game Manchmal geht's und dann... Hä? Das ist so schwul Wuhuuu Die brauchen halt mehr Churber Tot Oh, der wird rausgeheatet Ja Erster Platz, schau's dir an 500 mal Erster Bin mal gespannt Selbst wenn ich jetzt komplett rein scheiße Jetzt Finale Moment Das ist doch kein Finale Das wird noch ein Team-Game Team Dingson Wie heißt das denn? Fallball Ne, ich denke, es wird Finale Es wird Fallball-Abball Was wird das? Was habe ich dir gesagt? Bergspitze Oh Fallball Sturzball Fallball Ich kack mich ein Ach nee Mit dem Drehteil in der Mitte Spielt ihr Brawl Stars? Nein, zum Glück nicht Och, die gelbe Tomate Hä, wie kann man sich denn hier rumheaten? Oh, ich heate direkt in Richtung Tor Ja Hä, wie dumm sind denn meine Mates? Meine Mates sind aber glaube ich Babos Ich kack ein, Mama Na, wobei, deine Mates Die sind auf einem guten Weg Hä, Mann, wie hab ich denn denn denn? Los, rein da die Bälle Och, Mann Hä, wieso denn ins gelbe Tor? What, was erzählst du denn? Achso, das gelbe Ui Apollo befeuert schon wieder die Gegner an Ja, ich dachte das wäre die Blaue Weil ihr grad in die Richtung gelaufen seid Ja, weil wir abwehren wollen Ja, natürlich Weil er die Gegner anfeuert Wir müssen die jütige Abwehr machen So, jetzt ist er bei der Blauen Jetzt geh durch, geh durch, geh durch Ja, nein Apollo die verteidigen doch da einfach Ja, aber trotzdem Halt mich immer fest Ah, das ist sehr viel Ramos Ja, oh Ich kotze Ja, stopp, stopp Oh nein, Latte Ich, ich kack Aber beide sind jetzt auf deren Hälfte Die müssen damit erstmal mit der Situation klarkommen Ja, das war ein schöner Kopfball von Dennis Aber ich hab glaub ich sehr gute Mails Ich glaub die können was Tatsächlich mal Was sehr selten passiert Aber jetzt Ich hiete Zack Ich bin voll angespannt, ja Jawohl, mein Burgermade hat den aufgehalten Was ist eigentlich, wenn es ein 00 steht? Ja, dann gibt's Verlängerung Stimmt, aber es wird nicht 00 stehen Oh, oh, Achtung Weil irgendwie meine Mails gerade in den entscheidenden Sekunden verkacken In den entscheidenden Sekunden, siehste? Das ist doch wieder lächerlich Der Börse hat gekostet Das ist doch wieder lächerlich Schau dir das doch mal an, das ist betrunken In den letzten 10 Sekunden machen die ein Tor Ja, und du hast auch eine letzte geküpft einmal Ja geht, Feuerpflanze Was? Was? Machst du! Schau meine XP uns an Dreimal erster Dreimal Ohohoho 400 Mucken Mucken, ne? Münzen Nein Nein, ich bin Münzen Da ist der Gork 4070 Feuerpflanze, was meinst du da mit Scheißgeräusche? Ehre So, ach man, jetzt habe ich vergessen hier rauszugehen Guck mal, das bist du, ne? Glaubst du, du bekommst den? Weiß ich nicht Auf Level 22 gibt es den Abschweifen wäre jetzt dran gewesen Na, hätte ich eh verstanden So, machen wir noch eine Runde, letzte Runde? Nein Nein? Gut, dann lass uns verabschieden Ich muss nämlich aufs Klo Das ist auch ein cooles Muster Das ist so kacke Schau mal, ist so ein Kuschelfeel Ja Was, was mir auch aufgefallen ist Ich habe jetzt leider kein Muster im Shop, aber Zum Beispiel, wenn du ein Muster hast Weißt du, wenn du ein Muster hast Dann wird dir jetzt das angezeigt, ohne dass du dich ausziehen musst Hä, zeig mal Erz Hey, du bist der Klassenclown Du kannst ja Klassenclown, du kannst ja Klassenclown werden Hm? Da, als Spitzname Links Hä? Mo? Klasse entklauen Ach ja Ja, kostet aber 1400 Das ist doch nichts Aber sagt ehrlich, die Muster von diesem Battle Pass sind ganz geil Ich finde Muster generell scheiße Naja Was soll es gewesen sein für heute, Freunde Ich finde aber die Farbe auf 12 Sekunden Der Akku ist jetzt eh alle vom Kontrolltablett Deshalb, schön, dass ihr dabei wart Bisschen schwerfällig sind wir reingekommen Und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Restabend Und vielleicht sieht man sich ja die Tage wieder Bis dann, macht's gut, tschüss! Ciao!